ich glaube ich bin alles live gerade wird noch nicht angezeigt auf welchen marken springt der auch trocken ja ich bin im spinel drin aber bei welchen marken springt der auch trocken ja ja bin ich live überhaupt ja es läuft das wirklich ne ich höll ich habe das gar nicht ja 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 Ja, du möchtest schocken, du möchtest noch mal eine Mission. Cashlife, was läuft? Ich glaube jetzt ein bisschen Karaoke für euch. Und das ist jetzt ein Unterhalter. Gerade blamst du angezeigt. Halt! Oh mein Gott, Digga. Ich höre mich... Digga, ich höre mich so kacke, Alter. Hört man mich zum Stream gut? Also keine Ahnung, weil ich höre dich gerade so... Also hört man das Stream gut? Ja, ich schwöre, weil das Stream auch so. Ich glaube, Benjamin hat so viele Koppel angemacht, dieses Koppelding da. Oh, du bist so lautlos. Ja, warte, weil Benjamin hat irgendeine Koppelding da so risch gemacht. Oh, warte. Warte mal. Ähm... Ey, ähm... Ey, ähm... Digga, bitte, sieh, da sind doch mal leise hier, das ist fackt ab. Was geht's? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Digga, dieser P-Gleiter rüber, der ist gelö... Wie hoch ist der denn gestillt? Okay, ähm... Ja... Okay, ähm... Okay, ähm... Okay, ähm... Okay, ähm... Okay, ähm... I'm ready. Ähm... Banana. Ich hab nun sie noch gar nicht gespielt. Ben? Ja? Ich kann... Aber warte... Wie kann man den Koppel... Wie kann man diesen Koppel wieder zurückstellen? Was für ein Koppel? Äh... Halt ein Mikrofon, ich bin halt zu laut. In grad bist du normal. Jetzt grad bin ich normal. Ja. Okay. Ich komm mal, ob das okay ist. Äh... Sag mal kurz nix. Nix. Kurz nix. Okay. Nix. Ah, shit. Okay, so. So passt. Warte noch einen Moment. Guck mir grad deinen Streamern, Ben. Was ist das in der Ecke? Achso. In der Ecke ist was. Ah, ähm... Abo-Konto. Du hast reine richtige Abonnenten? Ich hab 81, Junge. Warte mal. Ich hab mal geschickt. Die Musik ist bei mir richtig laut. Keine Ahnung warum. Kurz nix. Ok. 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 Also in Fortnite die Musik. Sit doch mal kurz leise. Nein. Ich hab die komplett ausgemacht. Ich hab die komplett ausgemacht. Sit doch mal kurz leise. Hallo. Ok. Hm. Achso. In der Decke ist was. Ah, ähm... Abo-Konto. Ah, du hast reine richtige Abonnenten? Ich reine noch zu. Äh... Leise. Du hast das Fressen zu mir. Ok. Ja komm, lass anfangen. Was spielen wir? Lass... Ey. Lass mal erstmal so ein Deathfront spielen. Zur Aufwärmung. Aber einen etwas schwierigen. Weil keinen Bock auf so einen ganz einfachen. Wo man einfach nur spüren muss. Oder irgendwo, äh... Hast du Kürtet, Zone Wars? Ja, ich hab die Kürtet. Gib mal. Ich hab die Kürtet. Ok. Ich hab die Kürtet. Ich hab die Kürtet. Ok. Nein, alleine. Kein Bock auf andere. Nein. Wir sind heute die Banana Gang. Hey! Devrim! Pack einen! Lass mal erstmal so ein Deathfront spielen. Nein! Bist du? Nein! 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 Schwierigen. Immer wenn deine Cousins halt seine Sache klauen damit spielen. Oder irgendwo, äh... Komm, mach bereit! Nein! Achso. Achso, achso, ja. Leute, äh... Ich nehme gerade mit einem PC. Also mit einem... Scheiß-PC gerade aus. Und ist gerade sehr schwierig. Ich hab so 200... ...Apairs ungefähr. Seht ihr oben rechts in der Ecke. Ja. Ja. Warum ist bei Migra auf 10, Alter? Äh, auf 60 meine ich. Äh, drück, äh... Ja, warte. Ich versuch mal gegen euch auf der Früche. Hä? Obwohl ich frische Scheiße nenne. Die ganze Zeit hat W eh gedrückt. So, jetzt... Jetzt hab ich bessere FPS. Ey, ich verspieße auch. Ich höre auch das so zu. Ich muss auch gucken. Äh, Digga. Versteh? Äh, ich denke immer, man baut sich mit, ähm, Restklick hoch. Also wenn man was baut. Ach, was hat du jetzt? Oder warum ist meine Senses niedrig? Nein, 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 nein. Das verstehst du nicht. Ich bin so, ich bin so ein Noob. Ich bin so ein Noob, ne? Nein, 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 nein. Was verstehst du nicht? Ich... Ich... Ich sag dreimal. Nein, er sagt dreimal ja. Ich hebe mich selber. Ey, mach mal hier beide gegen mich. Ihr beide gegen mich. Na okay, wir haben verloren. Lecker, du hast in meinem Schirm noch angepackt. Mach mal hier beide gegen mich. Ich mach immer ohne Grund hier, ich klester hier drauf. Okay, mach mal ihr beide gegen mich, hallo. Ja, okay, okay, okay. Okay, okay. Wenn ich was sagen will, kann ich mich. Okay, sorry. Digga, warum kann ich dich bauen? Das ist links, ich verkack immer. Ich bin dumm. Ich muss mir das irgendwann merken, dass es nicht mit links ist, sondern mit mir anderen. Wer hat so viel Arsenal gespielt? Ich weiß. Ey, abo, abo. Ja, ich hab Raphael, ich hab Raphael. Nein, wieder so schlecht von mir. Erstmal nur hier. Wie kann ich doch einen Gott verlieren, Digga? Oh, schüch, schüch, schüch. Übertreibt man nicht. Ich will ja, ich komm mal runter. Ich ziehe das. Ich schufe runter. Fuck. Oh. Komm auf, ich fess den Aufgang. Mein Aim. Mein Aim. Wie war ich? Wie ist so lustig aus? Wie ist so lustig aus? Wie ist so lustig aus? Alter, ich zähl mich, aber trifft keinen Schuss. Ey, das ist lustig aus dem Stream. Digga, man denkt, wie es so richtig lustig ist, Alter. Ich guckst du mir mal ein Filmgrad an, oder was? Nein, Digga. Gerade, wo guckt bei mir keiner? Ich guck bei Benjamin grad. Das ist echt lieb von dir. Wie ist das? Ich lebe von dir. Ich guck bei euch, das ist echt lieb von dir. Ich guck bei euch, das ist echt lieb von dir. Ich guck bei Y-T, Raphael. Bitte nicht töten. Nein, nicht töten. Überall die nicht töten. Überall die nicht töten. Überall die nicht töten. Aber was bin ich für ein Noob in diesem Game? So, aber was ist denn dein Stream? Ich sammle irgendwelche Waffen ein. So, ich begle jetzt deinen Stream, Raphael. Raphael, ach, Raphael. Raphael, ich weiß, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, Raphael, siehst du deinen Chat? Ja. Ja, wie? Ja, wie? Über Schulleiter zu vergessen, ich weiß, Schulleiter. Aha, warum? Bruder, was war das? Jemand hat eine Atombombe. Oh, warte. Wie, was? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Bruder, keine Ahnung. Ich habe den Tod. Den haben ihn schaffst du. Au. Also, Leute, ich habe er da gerade nicht auf die ersten, ne, ihr wisst. Er ist schon füßt. Schau, aber es ist nicht geil, es ist nicht. Digga. Ey. Hey, du verschaffst es. Wenn du einen hättest. Ich habe keinen. Ey. Ich könnte theoretisch irgendwoher suchen. Ich bin nur scheiße, ey. Aber A für den Musiker. Ihr wollt, hast du mal, Digga, ich mach mal kurz, äh, FPS. Also, ich mach mal jetzt diese, ganz, ich mach mal die ganz, als es wird ich gerade geketzt. Ey, ich mach auch, okay? Jetzt wird es lustig. Das sieht jetzt so lustig aus. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott, Alter. Ich habe drei FPS, drei FPS. Auf Switch. Nein, drei FPS auf Switch. Oh, warum ist das so sehr? Ich hatte gerade acht FPS. Ich Idiot. Ey, ey, Digga, ich habe Probleme. Ey, ich habe schon das, ey. Oh mein Mensch, Alter. Warte, ich mach meine Grafik nie noch schlechter. Oh, nein. Warte mal, ich mach mal Reset. Ich weiß, die Musik-Programme, gar nicht, ne. Ich mach jetzt, äh, Musik aus. So. In deinem Stream, ne, die Grafik. Aber im Stream kommt gleich mal so gut, ey. Adiga. Bruder. Ey, ich schwör, das ist einfach Switch. Können wir doch switchen. Warte, ich mach drei Idee auf Lösung auf 50. Das ist ja Raphael. Aber alles ist pixellig. Ich spiele einfach auf PS2, Alter. Mega. Ich schmeiß nicht mal die Z-Kneck. 30 FPS genau, also Flüssige dreht sich. Oder meint, sieht aus wie dein Stream. Der spielt mit 30 FPS, der kann noch treffen. Der kann noch aimlen mit 30 FPS. Und ich mit 200 FPS bin gar nicht aimlen. Ich bin gar nicht aimlen. Oh mein Gott. Ich glaub, Sida ist besser gepumpt. Sida, Copyright, ne, Copyright. Das ist Master of Puppets, einer meiner Lieblingslieder, Mann. Aber das ist Copyright. Ähm, ich durfte das, kann ich machen. Master of Puppets are bowling by Springs. Ja, deswegen guck, äh, deswegen mach ich im Hintergrund von YouTube so, äh, no Copyright Songs, ähm, top 50 Dings an. Easy. Und das, du klingst wie jeder dritte YouTuber, Alter. Jeder dritte YouTuber macht so ein Content wie du. Ich. Ich, ich mein, wir sind nur Content. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, FN Rapper. Lass mal, lass mal später irgendwie so, so irgendwie auf Internet. Ey, Spakt so, ey, 30 FPS, ich kann mich nicht bewegen. Hat sie da auch nur ein Recher? Ach, XPS. Hens? Ja, ja. Ich muss, 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 ich muss. Ja, was mach ich hier, was mach ich hier, was mach ich hier? Brrr, brrr, brrr. Ja, hä? Ich, ich check, oh, ich mach. Du, Abgehen, du wirst du dir, du bist nicht verstanden. Der ist eine Milch. Was ist passiert, ist los? Alter ist die Grafikkacke. Du hast das WhatsApp bekommen. Alter ist die Grafikkacke. Ich schadte dich auf die Ecke und fang. Der Video ist diese Zeit. Wer ist das? Das ist das. Wer ist das? Ich hab was WhatsApp. Ich hab sie nicht mehr. Die anderen. Ich bin ein bisschen frei. Ich spiel, wenn ich mich nicht mehr schlafen. Ich spiel, wenn ich mich nicht mehr schlafen. Oh, oh, oh oh oh! Wie ist das? Da ist noch ein Pfeil. Ich spiel, dass ich mich nicht mehr schlafen. Aber man merkt, es ist auf jeden Fall kein Dane-Kritschee, ne? Hey, what the fuck? Warum einfach so random? Warte. Ey, sag, bin ich schon auf Stream. Warte, warte, ähm. Hm. Warte, warte, ich muss kurz, äh, der Klassengruppe, äh, hier, warte. Ja, schreib noch einmal zu Osten hin. Äh, hier ist die Graspaus. Ähm, muss ich auch noch machen, hier, äh, links. Kannst du hier. Ja, ein bisschen schieben. Äh, die Zone, die Zone. Ach, das stimmt. Liga, komm rein, komm rein. Komm, komm hier. Was kann man damit machen? Kann man damit ja nicht schieben. Ne, wir sind... Äh, hä, sind wir das gleiche Team? Nein. Ich will, du bist mit dir. Ja, 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 ich will, du bist mit dir. Ich bin wieder da, erstens ist mein Internet abgekackt und zweitens... Ey, ich spiel auf der Tattoo, okay? Ich spiel auf der Tattoo jetzt. Du hast ja auch mit Controller Aim. Du hast ja auch mit Controller Aim, ne? Würdest du sagen, ich hab keinen Aim? Ich spiel so scheiße auf der Tattoo, ich spiel auf der Tattoo. Aber ich könnte auch Controller anschließen. Ich grüße Enes. Aber nur Atta guckt zu. Oh mein Gott, Digga. Nein, Enes ist ein Raphael-Stream. Ah, Atta, bin Enes. Atta ist glaube ich meinem, äh, Enes ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wer er ist, aber... Digga. Warum muss die beiden in der Ecke dieses Abo-Teil? Wie macht man das? Keine Ahnung. Verdrehen wir sie nicht. Achso. Ja, einfach... Digga, was macht ihr hier? So, ich tritt jetzt wieder bei... bei Internet-Wacken... Oh, die Grafik ist so scheiße, Alter. Sieht, du spendest 10 Euro. Genau, du spendest 10 Euro. Genau, du spendest 10 Euro. Das ist klar. Digga, das schreib mir so in den Chat. Alle Likes. Du spendest 10 Euro. Alle Likes. Ich schwöre, like mal. Was könnt ihr euch machen? Nur zwei Likes? Nur zwei Likes? Ich mache mich in das Spiel an. Du musst mich in das Spiel an. Was macht mir das Spiel an? Ich spiele auf das. Cool, ne? Oh, jetzt ist mein Grafik wieder so schön. Ich habe 120 Everest. Ja, ich habe mich auf das. Ich hab dich schon abonniert, aber das steht die ganze Zeit. Nein, ich mach keinen YouTube. Warum? Ich hab keine Zeit, um alle Videos zu schneiden. Vielleicht irgendwann, wenn ich mehr Zeit hab im Leben. Na, ich hab doch gesagt, ich will dich bei dir als Kappe bewerben. Das waren 50 Videos. Ich hab keine Hobbys immer noch. Ehrlich? Ja. Wir sind das gleiche Team immer noch. Ich bin gerade auf Tastatur, ne? Ja, okay, ich hab's verstanden. Du bist krass. Was? Habe ich mit Schwert gerade? Wollte ich gerade mit Schwert schließen? Mit Schwert. Okay, der macht sogar mit Dance. Also wirklich, das ist toxisch. Jetzt willst du sehen, jetzt willst du sehen. Jetzt willst du sehen. Jetzt willst du sehen. Jetzt willst du sehen. Warte ab. Ich hab so lange kein Fortnite mehr gespielt. Gar nicht. Ich bin so scheiße geworden, Alter. Wer ruft mich an? Äh, was ruft mich an? Äh, was ruft mich an? Äh, Betten? Benjamin hat alle, hat alle, sogar alle archiviert. Und sogar seine Mutter hat sogar safe oder so. Aber auch, das ist eine Routine. Ja, Benjamin ist locker so einer. So, äh. Ach, ich verstehe. Vorher wollen die Zuschauer wissen, wer hier ist. Ah ja, Benjamin hat eine Freundin. Was? Wie alt bist du denn? Was macht die denn? Ah, scheiße. Ich hab den Kill bekommen. Ich hab den Kill bekommen. Die Mutter sind. Ich hab die Sette da jetzt hin. Ich hab den Kill bekommen. Ach so, scheiße. Stimmt. Stimmt. Scheiße, tut mir leid, Penz. Nee, ich hab nicht jeden archiviert. Außer Florentine. Aber du hast die archiviert. Was machst du denn da so? Warum soll ich? Nein, du hast jeden archiviert außer Florentine. Du hast Florentine auch archiviert? Nein, ich hab keinen. Ähm. Ja. Ah, also bist du halal. Also. In deinem Florentine oder deine Mutter? Also. Also, Enes. Ich glaube, du bist. Du bist im falschen Schiff. Keine Antwort. Weißt du, Enes schreibt? Ja, Enes schreibt in deinen Chat. Ey, grüß mich mal, Ben. Aber weißt du, wo der ist? Das ist bei mir drinne. Also, Digga, das ist doch echt Mobbing jetzt. Das ist doch Mobbing. Ja, Enes schreibt bei mir nicht rein. Ja, genau. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Größte Lüge von einem Fortnite-Spieler. Ich hab keine Munition. Ich hab keine Mets. Ich hab kein Heal. Ich muss jetzt auch L. Nein, du schrecken. Nein, du schrecken. Nein, du schrecken. Er sagt Nein, du schrecken. Er brust Boden. wo ist der hin ein bohn er sagt nein ich muss quacken keine ahnung was ich gemacht irgendwas zum schutz ich hab mich eingebaut ein bohn ist eigentlich gut gleich lasst gleich der eigentlich normalerweise hätte ich mir viel mehr einen pc was ich hätte eigentlich viel mehr am besten pc aber ich bekomme noch einen anderen bei dem kopf gesagt ich hab ich hab noch nie Windows gehabt, ich hab bis jetzt nur Mac OS. Aber ist hier das hier in den Bister gewonnen, glaub ich? Ich überschüsse es hier. Was ist hier denn? Ich muss noch diese Steuerung für... Hä? Hecker, ich melde ihn jetzt. Ich melde ihn jetzt. Ich melde mich nicht. So, du wirst ja, nur C2 offiziell. So, melden. So. Äh, nein, nicht beleidiger Name. Ja, genau, Belästigung. Nein, mit den Gegner verblä... Äh, C2 nicht. Er hat mich aus der Anleer genommen. Äh, ey, wie kann ich mal schreiben, weil das jetzt weggegangen ist? Mann! Welch, weil ich einmal Headshot gelandet hab. Digga, da war nur Glück, Alter. Ja! Ey, sieh da, sieh da. Was war eigentlich mit dir los da auf der Treppe, wo ich dich geholt hab? Hast du deine Vita jetzt nicht gefunden? Ja. Ey, du wirst jetzt so sehen, ne? Ich hab gerade Benjamin nicht geholt. Ja. Du wirst ihn sehen. Ey, warte. Lass mal mich und Benjamin am Leben. Nein. Ey, hol den, hol den, hol den. Mit was schieß ich überhaupt? Ah, nein. Ah, nein. Der war Helikopter. Helikopter, Helikopter. Waffe, den doch mal. Nein! Waffe, du bist so unfair, der schießt mich einfach. Oh, Adega, warst du im Rund? Hacke mich. Ich war das nicht. Ja, genau. Ich seh nicht, wo ich gestorben bin mit der Waffe da. Hecker, Hecker, Hecker. Du bist Hecker. Hol den, Tida. Hol den. Hol den. GG. Ey, Digga. Ich will ihm so scheiß auf jetzt sehen. Ey, Tida kennt meine alten Zeiten halt. Alter, ich war da Prime. Nein, ich nehme das ab. Die halbe Schule ruft mich jetzt an. Nur weil ich hier Stream in YouTube geschickt habe. Digga, das ist doch echt schon Mobbing, Alter. Aufruf, ich keine Ahnung. Ich rufe die da an. Dich nicht. Ich bin nur an dem Leben. Ich bin lustig, als du, oder was? Ich bin immer so neidisch. Neidisch geworden. Immer diese Leute, die sich krass fühlen, wenn sie einmal jemanden getötet haben. Wie sie doch, sie. Wie Benjamin, Alter. Er holt mich einmal. Äh, fühlst du voll krass. Alle da, alle da. Ich muss jetzt ganz genau zur Ruhe. Ich muss ihm schielen. Ey, aber ich schwöre, beim nächsten Mal spiel ich auf. Fress mich schon lieber. Keine Sorge. Egal, mein Pfefferbrot. Komm gleich mal. Lass mal gleich spielen, was du immer mit Connor so spielst. Dieser Ratfigur. Wer das ist? Wir raten, oder was ist? Zum Beispiel so eine Figur kommt und ich muss das für eine gute Sache. Oder? Irgendwas, was wir so... Weißt du? Hast du noch einen Freund, oder sowas? Da könnten wir bei Fortn ein Mörder spielen. Merchanist. Merchan... Warte. Warte. Oh mein Gott, Alter. Was hab ich für FBS jetzt? Wieder da. Warte, ich muss kurz gucken, wie ich auf meinem YouTube-Kanal heiße. Weil da muss man immer etwas... Ich habe fünf FPS. Fünf. 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 Hä? Hä? Du bist so falsch. Ich muss, ich hab fünf HP, Liga. Weil der mich runterschießt. Wie er mich runterschießen will. Nein. Geschehen. Aber wie er spielt, Alter. Das ist jetzt gut. Hat man gesehen. Digga! Ey, Sida! Nicht Sida, das war er eh. Sida, äh... Bitte, wo ist los? Hm. Was ist los? Los! Also, ich würde so loben, dass es Sida im Heck auch macht. Ich weiß, Sida hat auch kein... Sida. Hä? Ich glaube, dass du das auch im echten Leben warst. Ja. Du sprich auch schon. Lässt du dich doch einfach raus. Ich mag gleich wirklich... Runde beginnt. Ja, wir machen noch diese Runde, danach gehen wir raus. Ich hab voll Bock auf Minecraft, also Fortnite-Mörder. Ja, Fortnite-Mörder. Ja, ja. Ja, das soll ich spielen. Da brauchen noch einen. Ich weiß, dass der online loskommt. Ich kann auf dich halt gucken. Ja, der ist online loskommt. Ich kann auf dich halt gucken. Ja, der ist online loskommt. Ja. Guck in sein Stream. Du Stream-Sniper. Aber wir müssen eine Regel machen, wenn wir Minecraft-Mörder spielen, dürfen wir nicht in Dingens gucken, ne? Streamen. Sonst wissen wir ja, wer Mörder ist. Ja. Ja, ich sehe Raphael nicht. Hä? Raphael sieht den voll. Ey, sieh nicht. Ja, sieh nicht. Auch er. Ja. Ich sehe nur deinen Namen, der sehe ich nicht. Digga, ja. Ne, ich will nicht. Ja, das verlassene. Digga, nee, nee. Ich bin natürlich der beste Vorur. Ich bin so fähig, dass die ganze Klassengruppe mich anruft. Ich bin so famous. Hä? Warum denn? Ich hab ne Mördermap, ich hab ne Mördermap. Geh bei Code und ich sag dir den Code. Okay, warte, 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 warte. Ja, sag. 4442. Wie heißt Kanal? Wie heißt Kanal? 4442. Geh doch auf YouTube. Ja. 4315. 4315. 4616. 6616. Museum Mördermaster. Das ist ne etwas große Mördermap. Das ist ne etwas große Mördermap. Woch noch irgendeinen. Ich hab keine Freunde, habt ihr Freunde? Ich hab... Ich hab... Ich hab auch keine Freunde. Ähm... Das ist ne... Meriz. 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 Aber der kommt irgendwie nicht rein. Der ruft mal Chris an. Ruf mal... Chris kommt sowieso nicht. Chris hat nie Bock auf Mörder. Ich weiß wieso. Dann... Ich hab schon draufgedrückt auf Anrufen. Nein, hoffentlich. Ich ruf ihn jetzt an. Ich hab schon draufgedrückt auf Anrufen. Leg auf. Leg auf. Leg auf. Nein. Auflegen. Hey, warum? Streit mich deswegen? Auflegen oder nicht? Hey, heute hat Yusha so Randale gemacht. Äh, Ernestin so Randale gemacht hat. In der Gruppe. Aber ey, ich schwöre, ne? Ey, Cida! Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Was ein... Was ein Hund? Ich sag dir mal. Ich hab eine Frage. Weil der legt... Keine Ahnung. Der legt auf. Ne. Rüchte, Freunde. Brauch ich nicht. Löschen. Löschen. Ich war jetzt, wenn der bei mir rangeht. Ich lass ihn dann so, hab die Schuhe kaputt. Anna. Ich will zu. Ich muss hin. Ja, wohin denn? Ich muss einkaufen gehen. Du musst du Milch kaufen? Der sagt mal, der will mal... Ja, wollte ich grad sagen. Musst du Milch kaufen gehen? Musst du Milch kaufen gehen? Ah, ach so. Wann kommst du ungefähr... Wann kommst du ungefähr wieder? Ey, bring da für mich auch mit. 20 Minuten. Weil ich und... Raphael und Benjamin wollten mein Fortnite-Mörder spielen. Aber der hat keinen Bock auf Fortnite. Ich weiß gar nicht. Ey, ich komm komm. Also wenn du willst, kannst du ruhig kommen gleich, okay? Also du musst nicht. Du musst nicht kommen, wenn du nicht willst. Du musst nicht. Der kommt auch nicht. Komm bis später. Ja, bis später. Kommt der? Ja. Immer nett sein. Ruf mal 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 nett sein. Wenn der bei mir reingeht, ist er rassistisch gegen dich. Hu, hu, hu. Ich kann ihn auch anrufen. Er hat aufgelegt. Was ein Mensch. Er legt sofort auf. Digga, einfach so, als ob er auf den Anruf gewartet hat. Ey, soll ich ihn jetzt mal auch anrufen und fragen? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Soll ich ihn mal fragen? Soll ich dich anrufen? Okay. Mal gucken. Er hat auch direkt... Ne, das steht nicht erreichbar. Er hat sich aufgelegt. Das steht nicht erreichbar. Er hat sich erreichbar. Er spielt gerade Fortnite. Es klingelt. Ne, es klingelt. Also, wir machen neues Klink. Es klingelt. Ey, warte, warte. Es klingelt. Meja? Warte, Ata fragt, ob er mitspielen darf. Ata fragt, ob er mitspielen darf. Ata fragt, ob er mitspielen darf. Ata, bei wem? Ja, dann soll er herkommen. Ja. Dann hol Ata. Ata, Ata, Ata. Okay, dann später oder irgendwann vielleicht. Ja, oder mal. Tschau, ne? Tschüss. Ja, dann hol Ata. Ja, er kommt jetzt. Wie ist der Name? Mozart unterstrich sein. Du musst auch mal buchstabieren. Ich kann keine chinesische Schriften. Mozart. Ich schick dir einfach. Wo schicken wir? What's up? Du lest online 19 Uhr. Hä? Wo schickst du mir? What's up? Wo schickst du mir? What's up? Ich hab leider mein Handy nicht dabei, aber ich kann auch WhatsApp auf PC. Ähm, Privat-Sachen hier drauf. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ey, Affis, lass mal bobo um, tschakalaka. Ähm, nein. Oh, scheiße. Ähm, nein. Nein. Papa. Nein. Hey, hey. Du weißt schon, ist Schwimm noch. Du weißt schon, ist Schwimm noch, äh, Sida. Äh, was so, äh? Ich auch, Sida. Ich auch, Sida. Ich auch, Sida. Ries ist sein Lieblingsbesen. Ja, genau. Der schiebt sich gerne rein. Äh, boah, ey. Ja, natürlich im, äh, im Schrank. Im Schrank? Ja, im Schrank kommt der Besen, natürlich. Äh, ja, Sida. Macht, macht Sinn, ne? Genau. Ich mach mein Besen in meinen Schrank rein, genau. Äh. Eben, stopier mir mal seinen Namen jetzt. Hallo, hallo, hallo. Ich hab dir ein Bild geschickt auf WhatsApp. Hallo, ich bin gerade am Streamen. Ey, Benjamin. Okay, großes M. Ja. Kleines O. Ja. T. Ja, ja. Weiter. Z. Ja. A. Was? Ist die da was? A. A. Ja. Sag nur, ey, die Portnetschen sag jetzt. Ja. P. Aha. Unterstrich. Mhm. 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 Genau. S. S. E. E. I. 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 N. N. F. F. Mhm. Google V. Ja. 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 So, bin wieder da. Jetzt mein Internet ab. Ich hör noch Sida. Keine Ahnung. Was? Hört ihr das auch? Ich hör Sida im Hintergrund. Ich glaub Raffel. Ich glaub das wegen Raffa. Ja. Also wo bist du gerade? Welchen Buchstaben bist du gerade? Ohne V. Äh. A. Ja. Ah nein, weil ich... Digga, wir sind mal leise. Ach. Was? A. Ok, und dann? P. Doppel A. P. Nein. Ein A und dann ein T. Ein T. Ein T mit T. Nicht P. T, okay. Also sein Fahrt T. Und dann noch ein E am Ende. Ja, E. Also Mozart unterstrich sein Fatih. Achso Mozart. Ich hab da, hab beschrieben M-O-T-C-A-R-T-E-P. Sein Fatih. Ich hab Mozart. Noch T. Ein T bei Mozart. Mal kein P. Sorry, du Maudel. Ey, Digga, ist das so schwer? Ja. Du hast doch einen Namen, Junge. Schien ist der Name, oder was? Mozart, sein Fatih. Du heißt F. N. Raphael. Ja, jetzt. Ja, hier, jetzt. Mein nicht. Ey, wer ist das? Ähm, Ali. Er hat gesagt, wir sollen ihn Ali nennen. Meinst du Atta? Ey, nein, Ali. Hä? Achso. Ah, okay, ja, ja. Ich hab schon den Ali. Ich kenn den Ali. Ja, ich kenn den Ali. Ja, ich kenn den Ali. Ah, Lusa, ne? Ja. Ja, 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 der, 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 ähm, Schickfrau. Achso, ja, weil du das mal annehmen, ne? Ja. Ob der überhaupt weiß, wie das geht? Mhm. Ich muss hier, immer, 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 immer. Och, die gehörst du eine Witte, yo. Ich bin hier und bin da. Gleich denkt, gleich denkt YouTube noch, dass sie gleich, dass sie copyrighted. Was ist die mit Yusha? Ach, die ischa kommt, lass sie einfach die. Ambrella, you can stay under my umbrella. Hella, hella. Lasst es mal ein, Junge, wie lange droht das? Meine Fresse. Hallo, du schwingst immer noch. Er meint, er kann uns jetzt hören, ne? Du sollst jetzt... Atta, wenn du uns hörst, nimm mir mal an. Alliusta, hallo, was ist das? Ich kann nicht dich abonnieren, Raphael, ich weiß wieso. Ich hab 82 Abonnenten jetzt irgendwie, glaube ich. Ah, jetzt geht das. Er hat 83, er hat nichts gemacht. Er hat 81 gehabt. Ah, hier, er hat angenommen. Auf YouTube steht 84. Er hat angenommen, er hat angenommen. Ich lade ihn ein. Ich hab jeden recht, gell? Komm rein. Atta, nimm unseren Skin, wenn du den hast. Und ich finde seinen Skin richtig cool, Alter. Ich glaube, wir haben auch dieses Gebäßes. Der Stream von dir ist halt ein bisschen, ähm... Äh, Dingens... Also, nach hinten gezogen. Das heißt, alles, was von dir, Raphael... Also, alles, was wir sehen, ne, sieht er ein paar Sekunden später. Ja, Digga, ich hab auch scheiß PC, Alter. Ich geh mal, äh... Benjamin Stream. Äh, ja, Benjamin Stream ist nicht so... Warte, ich edit dich mal. Meist, äh, ich hab alles flüssig übertragen. Internet. So, er hat auch, er hat auch, er hat auch diesen Ding. Er hat auch diesen Ding. Ja, okay, okay, okay. Spitzhacke ist, glaube ich, egal. Außer, ihr wollt alle. Ich hab, äh, ich hab... Eins... Pass einfach ein Eis in Spitzhacke nehmen. Hat jeder. Ja, ein Ausgene, Ausgene. Also, Standard-Pick-Spitzhacke, oder? Was für Standard? Die erste, die erste Spitzhacke, die man hat. Ach so. Nicht, äh, andere. Nein. Und Beckling, Beckling, bitte wegmachen. Digga, wer trägt noch Beckling, Alter? Was für Standard-Spitzhacke, Alter. Ja, und, äh, das, was du am Rücken hast, wegmachen. Ja, das, die, guck mal, was ich zeigte. Wie kann man tanzen? Hier, das, siehst du das? Benjamin, siehst du das bei Lobby? Lobby. Rade, ich muss, äh, spielen. Ja. Da, was hier? Egal, bereit. Da, okay, Raff-Dingenshaft auch schon. Dann macht alle bereit. Hype, hype, hype. Hype, hype. Hype. Ey, immer, immer Hunger Games, hype. Ach, du Scheiße, Digga. Ich möchte mal Hunger Games spielen, aber, äh, aber ich, ich... Benjamin, guckst du meinen Stream selber an. Und ich guck auch Raff-Hall-Stream. Das schwingen. Aber keiner darf streamen gucken, ne? Ich guck nur meinen eigenen Stream. Ja, jeder darf streamen gucken. Keiner darf streamen gucken. Okay, okay. Also, keiner darf streamen von anderen gucken. Auch ich. Hallo. Nicht jeder ist drinnen. Wer hat gestartet? Wer hat gestartet? Wer hat gestartet, alter? Benjamin? Hä? Benjamin? Ich hab dich gestartet. Warte, lass dich wieder von... Töte alle unseren... Warte mal, bin ich? Warte mal, bin ich? War ich gerade? Nein. Äh, äh, hallo, wir müssen doch erst mal... Regens. Ihr müsst alle bereit... Alle bereit, macht alle bereit. Bereit. Er drücken, er. Warte, wir müssen zurück zur Lobby, wegen Atta. Ah, du hast schon, Otter. Adi, Usta. Ah, Ali Usta ist schon, Ali Usta. Ja, ich bin so verkackt, alter. Benjamin. Nein, nein, nicht beitreten, Sita. Was hast du getan, alter? Was hast du getan? Das warst du alles, Benjamin. Nee, ich dachte, Mann... Ach, komm, diga, du dachtest, wo du dachtest. Ich dachte auch in der Matarbeit. Deswegen hast du auch in den 4 Minus geschrieben. Mach mal, mach bereit, Dingens. Mach bereit, äh, Atta. Hä? Ich hab 84 Abonnenten schon, hä? Was? Ich hab 84 Abonnenten, ich hab 4 Plus gemacht gerade, hä? Ähm, klar. 4 Plus, ich wusste es. Du bist schlecht in der Schule. Ach, komm, jetzt zum Ohn, Alter. Aber Benjamin, du startest diesmal nicht. Aber was, wenn das aus Versehen so passiert, wenn... Ach, komm, diga, aus Versehen, wo auch in der Matarbeit. Wie willst du Enter drücken? Du musst meine Hand auf die Tastatur fällen. Ah. Wie weit willst du Bütze fallen, wenn deine Hand auf WASD liegt? Ich hab eine linke Hand. Äh, rechte Hand war nicht. Bruder, wie spielst du, alter? Er spielt so genau wie viel... Ey, okay, alle sind drauf, alle sind drauf. Ich spiel mit Maus, alle sind drauf. Jetzt könnt ihr starten, jetzt könnt ihr starten. Ich starte am besten, weil ich gebraucht bin. Wer hat gestartet. Ja, jetzt mussten wir. Nein. Ich bin nicht drauf. Ach, komm, halt. Komm, auf. Soll ich töten, bitte einfach weiter. Hä? Ich hab so nie, dass ich spiel, aber auch so viel. Hä? How do you play us do you have? Äh, we are five. So, jetzt drei. Nein, wir sind vier. Ja, aber es gibt kein vier. So. Jeder wählt einen Raum. Ups. Oh, scheiße. Falscher Raum. Warum ist das hier ne Mörder-Map? Warte, warte. Wann ist das hier ne Mörder-Map? Warte, warte. Hallo, weg, weg, haus. Was habt ihr für Waffen? Ich hab gar keine. Ich hab nur Patronen. Oh mein Gott, Alter. Aber ey, war das voll gut. Ich weiß nicht, wer wer ist. Na lass ein anderes Mörder. Ich find, das ist nicht so geil. Ja, du hast mir das nicht kurz gesagt. Na, okay, warte, warte, warte. Lass in die Lobby gehen. Lass in die Lobby gehen. Ich schwör, das ist scheiße. Warte mal, warte mal. Tschüss, dass wir gehen. Oh mein Gott. Äh, Sida. Hä? Äh, Sida, warum hast du... Ich hab nur ne Schallgeläfte Waffe und noch so andere. Achso, du warst sogar der Mörder. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Doch, du warst der Mörder, die hat nur so eine Waffen gehabt. Oh, okay. Ja, gib den Code. Sag Code. Sag den Code. Ja, warte, ich find das gerade gar nicht. Sag Code. Ja, warte, ich such doch. Sag Code. Ich such doch. Was denn? Such doch. Ich such den Code. Such schneller. Okay, sorry. Es heißt, sorry, Boss. Sorry, Boss. Oha. So, 8884. 8884. 7, 5, 3, 8. 7, 5, 3, äh, 3, 8. 0, 5, 0, 3. 0, 5, 0, 3. 0, 3. Glaube ich, weil ich hab den Code nicht so gut gesehen. Ja. Movi Park. Ja, das ist das Maize Park. Ach, cool. Ich kann stand on my umbrella. Ella ey, 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 ey. Als Maul sie da. bei mir läuft es auf jeden fall ein zuschauer lang schön nur du selbst ja zumindest auch heute viel abonnenten plus geworfen ich habe ein abonnenten das ist viel besser ich will warte warte bevor jemand was macht das ist die mörder waffe also wer diese waffe krieg ist der mörder darf es aber nicht sagen und das ist der schlüssel den darf nur der mörder nehmen der mörder muss es innerhalb einer minute zu verstecken hallo nicht alles im dritten ich wollte so machen der kam auf einmal jeden raffel du musst warten wir müssen gleichzeitig so jetzt verstehe ich alle bereit ach so ja ok 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 da drinnen muss man so waffen nehmen und da kann dann sein dass du diese waffe hast okay wenn er mir kommt noch bereit und atta du auch ist doch jetzt egal kommt was für egal was labert er eigentlich da oder du hast 20 abonnenten oder so war so 30 abonnenten und ja mach jetzt einfach bereit nein dazu lüfter noch ja ja nein ich habe mich wegen die ist rafael in der lobby ich habe es einfach mit leuten zu spielen aber die aber keine ahnung irgendwas geht lobby wieder er macht scheiße er macht bereit ach komm ich küsse den augen dass du mir geholfen mit uns zu bringen aber bitte höre noch ein warum manchmal ist nein bin ich gut aber manchmal schlitt den nirgst auch aber wo was denn da kommst du Schwarzschuldschen, mein Vater hat 4.4 Achso Achso Ich dachte kurz, er hätte jetzt 40,90 Euro gekauft Und da war der Wiener erstmal auf dem Weg Sollte vielleicht irgendwie die Bundesliga oder so Ich glaube heute Schalke, komm heute Schluss, geil Schalke Komm, bitte hab ich zuhören Da Oh mein Gott, Digga, Dortmund führt 4-1 gegen Köln Erster Viertel spielt Zahra macht bereit Bayern Bayern gegen Leverkusen Ich bin für Bayern Morgen, 17.30 Uhr Bayern Eintracht Frankfurt Macht bereit Ja 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 Schalke spielt am 1.4 gegen Leverkusen Mhm Dann spielt Oh, Schalke hat jetzt schon gespielt Töte Dingens nicht, solange das Spiel nicht losgeht, okay? Mhm Ey Doktor Unboxing macht irgendwas gerade Ja So wartet, alle warten Okay, jetzt sind alle da Jetzt könnt ihr starten Alle sind da? Ja Ja, wir müssen noch da Wir müssen noch leben Ich öffne die Kisten Wartet Stellt euch erstmal alle an den Rand Stellt euch erstmal alle an den Rand Ich öffne die Kisten Ich öffne die Kisten An den Rand An den Rand Ja warte, ich öffne die Kisten So, jeder macht Jeder guckt nach oben Drei Zwei Eins Und Gluten So, wer Mörder ist, sagt bitte nicht Wartet, wartet Nicht mehr Reicht Die Mörderwaffe ist nicht mehr da So, jeder geht jetzt in eine Box rein Da ist schon eine So Gucken So Und dann legt ihr alle Waffen weg, die ihr habt Außer wenn ihr Mörder seid, die Mörderwaffe Ihr nehmt euch dann die Waffe, die steht für alle Und der Mörder darf nur die Waffe nehmen, nur für den Mörder Die goldene Waffe, die er da nimmt, muss er verstecken Ähm Und für Warten Also wenn ihr die Waffe genommen habt für alle, musst ihr ein bisschen warten Dann kommt dann Munition Warten 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 Warum geht ihr rein irgendwo So, Benjamin Atta kommst du Okay, Atta kommt auch raus Ich hab keine, soll ich ne, soll ich jetzt ne Gun nehmen oder nicht Kannst du mit einem abschießen, mit einem Togen kriegen Ja, aber nur wenn du sicher bist, dass es Mörder ist Ihr müsst euch die Waffe für alle nehmen Hab ich, hab ne Wie? Nein, Benjamin, bitte mach keinen Spaß Ich schwöre Ich schwöre Ich steck nicht deine Anweisungen Bruder, da steht eine Waffe für alle Du nötst deine Pack Guck mal, nehm alles weg Und hier ist eine Waffe für alle Hier Wo? Hier Oh mein Gott, meine Straßnahme Hier Ah Ja Mach mal das Licht an Mach mal das Licht an Dann hab ich das essen Wie? Warum soll ich kurz dein Auge? Mach das Licht an Ja Mach aber richtig die Tür zu So, let's go So, alle kommen bitte aus den Boxen raus Wir gehen jetzt durch Und bringen wir jetzt endlich mal deine scheiß Waffe Gleich wenn wir durch sind, kommt da so ein Timer Und in diesem Timer muss der Mörder seine Waffe verstecken Niemand darf den anderen folgen, okay? Jeder muss alleine gehen So, an dieser Zeit muss der Mörder die Waffe verstecken Also die goldene Waffe muss der Mörder verstecken Und die Waffe darf nicht in einem Busch versteckt werden Ja, das ist echt nirgendwo Und wenn man, wenn der Mörder, äh Also, der Mörder hat halt so eine Waffe, ne, eine lilane Eine schallgedämpfte Pistole Wenn er die hat, muss er alle Waffen außer die weglegen Der nimmt die Waffe für alle Und noch die goldene Waffe Die goldene Waffe versteckt er aber Versteckt er aber Und wenn jemand die goldene Waffe findet, ist er der Sheriff Ja, und Und der Mörder darf halt nicht sagen, dass er Mörder ist Der Schlüssel muss gedroppt sein Die Psychospiele können beginnen Wach 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 Oh mein Gott, ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ne, oder? Alles Rappel vor mir mit so Ey, hier sind zwei Leute, hier sind zwei Leute Wer sind die? Ey, wer bist du vor mir? Wer bist du vor mir? Der gerade geschossen hat? Ja Benjamin Die goldene Waffe ist eine goldene Pistole Glaube ich Oder halt diese eine Dingens So eine Oder eine Revolver oder sowas Keine Ahnung Auf jeden Fall muss der Mörder die halt versteckt haben Die ist halt in den Boxen, ne? Ey, ich bin so ein Idiot Ey, ich glaube Oh nein, ich hab nicht verloren Wo ist sie? Hä? Also der Mörder hat eine schallgedämpfte Pistole Der nimmt da so eine goldene Waffe Und die versteckt er Das heißt, wenn du keine goldene Waffe genommen hast, ne? Weil du nicht nehmen durftest Dann bist du auch kein Mörder höchstwahrscheinlich Ich weiß nicht, ob ich das machen will Ich such jetzt die goldene Waffe, ne? Damit ich Sheriff bin Warte mal Warte mal Ey, kann doch gut verloren, ne? Ey, kann doch gut verloren, ne? Ich kann doch gut verloren, ne? Büg mal Conner hinzu Na, da muss ich komplett mit meinem Auge fallen Ich glaube Einer von euch macht das versetzlich Oh mein Gott Ich dachte kurz Ich hatte die Waffe, ne? Insane Aber wo abschießen, ne? Ja, aber nur wenn du heute hundertprozentig sicher bist Weil wenn du einen unschuldigen killst Jetzt ist es einfacher für den Mörder Okay, warte, Benjamin ruft mich an Ich bin mir nicht sicher 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 Scheiße, Mann. 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 Vielen Dank. Rafa? Ja? Bruder, komm in den anderen Anruf. Wie komme ich da rein? Ja, einfach annehmen. Wir rufen dich ganz nett an. Ja, aber bei mir kommt das nicht. Wir haben so eine Gruppe, die heißt Connor, Minecraft Player und Yt Rafa... Und... Ach so. Okay, ich erkenne das Problem. Warte. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Benjamin. Du hast den falschen Raphael hinzugefügt. Oh, völlig Idiot. Zeig auf den Janten. Okay. So, jetzt ruf an. Ich hab einfach jeden geküttet, Alter. Hey. Ich hab einfach jeden geküttet, Alter. Ich wusste nicht. Ich wollte... Ich wollte... Ich dachte... Erlo? Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ali... Ich hab auch in der Mathearbeit gedacht. Ach komm, jetzt mal. Ich dachte, Ali wäre das. Aber war der nicht. Ich will... Amanda, das war einfach Ding. Aber ich hab noch eine Frage. Hast du überhaupt die Waffe gestellt oder so? Wer war Mörder? Benjamin. Ich hab ihn geküttet. Und er hat sich in der Lieder eine Waffe gejobbt. Kein Lieder eine Waffe. Ich kann sogar streamen gucken. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ich bin jetzt noch verfahren. Hey. Atta muss jetzt eigentlich raus, weil Conor ist ja jetzt da. Hey, warum? Ja, weil Mörder nur zu viert geht. Hä? Ich wollte sowieso... Also, Atta kann auch ruhig beruhig bleiben. Ich wollte sowieso lieber Team-Mot spielen. Irgendwann. Atta ist jetzt gegangen. Er hat mir geschrieben, äh... Okay, bye. Atta, wir werden dich vermissen. Auch wenn wir dich nie gehört haben. Er hätte doch... Er hätte er doch noch niemals rausgemüssen. Ich hab doch akzeptiert, dass ich ja nicht einfach nicht mitspiele. Oh nein. Dieser eine Freund, ne, der sagt, ja, ja, ich komm und dann... Egal, egal. Hä? Nein. Hä? Nein. Ich will jetzt nicht mitspielen. Atta, lass doch, lass doch Ali mitspielen. Lass doch Ali mitspielen. Jetzt ist Ali rausgegangen. War das nicht Hans-Peter? Äh, warte, Ali, du kannst doch mitspielen. Er ist rausgegangen. Ich hab Döner extra scharf gemacht. Mein Mut exklusiert mich. Mögt ihr Döner mit Cocktail-Sauce oder ohne Cocktail-Sauce? Ich mag Döner mit Cock-Sauce. Aber ohne Zähl. Und ohne Soße. Ich mag Cocktail-Sauce ohne Soße in Döner. Hä? Cocktail-Würst. 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 Immer dreimal das Wort Schwanz. Wenn du so nimmst, ja, aber... Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Soll ich jetzt reinkommen oder nicht? Nein, ich brauche keiner. Hä, wir können doch trotzdem zu künft machen. Weißt du warum? Ja, aber es gibt nur vier Boxen. Ja, hä, aber einer kann doch eine Waffen raus. Ja, aber am Ende ist er in der Box vom Mörder. Und dann sieht er, okay, die goldene Waffe wurde weggemommen. Und hier war Feuerdingens drin. Ja, aber jeder hat doch diesen weißen Skin. Dann behält Benjamin einfach alle seine Waffen, weil der hat sowieso streamen. Das heißt, wir halten, äh, weise, weil der irgendwas machen würde. Bruder, wir dürfen gar nicht in seinen Streamen gucken. Wir dürfen gar nicht streamen von anderen gucken. Ja, ich mein, wenn jetzt irgendwas passiert. Lass doch erst mal gucken, wie wir das machen. Chill, der ist noch chill. Oder einer geht irgendwo hin, wo der Manns generell nicht sehen kann. Ja, oder so, oder so. Conor, willst du jetzt mitspielen oder nicht? Gerade sagst du, du willst jetzt mitspielen und jetzt ist wieder, äh... Ich kann, ich kann mitspielen. Also, ich glaube, Reviews werde ich noch... Nein. Also, ich erkläre nochmal Mörder für die Leute, die es beschwisten. Also, es ist einfacher, wenn Conor jetzt nicht kommt, sondern wenn Abda aufgeht und er kommt, weil, dann müssten wir nicht so viel warten. Hennen, wenn Abda aufgehen müsste, dann... Abda ist schon drin, dann fährst du wieder drin. Ja, okay, dann lasst du erst mal hier spielen. Ich kann auch verzichten drauf zu spielen. So, ich erkläre nochmal Dingensmörder, wenn der... Ey, mein Spiel läuft eh nicht, der ist irgendwie abgeschmiert. Nur noch Raffaels. Also, wer... Also, ich sag euch gleich die Waffe. Wer je diese Waffe hat, ne, muss dann noch die goldene Waffe und die graue nehmen. Und die goldene Waffe versteckt der aber. Sonst behaltet der alle. Die lila eine Waffe darf er nicht vor den anderen zeigen, sondern nur die graue, sonst wissen ja alles, ein Mörder ist. Versteht ihr? Also, die goldene dürfen nur die nehmen, die diese lila eine Waffe haben. Ich zeig gleich, welche lila eine Waffe. Und diese goldene Waffe muss man dann verstecken. Benjamin, du musst bereit machen. Benjamin, bereit? Komm. Ich hab grad auch gewissen. Ich hab grad so einen geilen K-Pub. Ja, du darfst immer mitspielen, Atta, wenn es Platz gibt. Er sagt, jeder kann nicht nennen. Eigentlich die ganze Zeit. Also, ja, wie kann er gesagt, eigentlich die ganze Zeit, weil... Atta ist Irrengast. Atta ist Irrengast. Ich mein, ich mein, Ali ist Irrengast. Echt? Ali ist Irrengast. Er schreibt, Ali ist so ein Irrengast. Ich hab auch schon gesehen, ähm... Er hat nur ausgesprungen. Ja, wir haben noch so einen anderen Atta, aber der ist, das war von meiner Grundschule, von unserer Grundschule halt, ja. Dinger, gibst du den auch nicht weg. Filmt ihr grad alle drei? Nein. Die hören uns auch. So, wartet, 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 wartet. So. Wer die so Waffe hat. Wartet, wartet, wartet. Kommt mal her, komm mal heim. Wer die so Waffe hat, ne, guckt euch die Waffe genau an. Was? Ah! Dinger. Wir müssen alle Lobby gehen. Ey, Dinger. Warum tötest du mich? Aus Versehen. Gut Versehen, ja. Gut gemacht, Rafa. Guck mal, ich wollte auf die Waffe zeigen, dass wir drauf drauf haben. Ja, das war nicht wert, Rafa. Tötest du dich nochmal. Immer und immer wieder. Guck mal, ich wollte auf der Waffe so drauf hatten, damit man das Sieg im Stream, dann war es ja eine Formel, aber ich habe auch so ziemlich abgehört. Sorry. Sorry. Sorry, das tut auch. Ich kriege voll Hunger auf Bananen, wenn ich die Skins sehe, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf Bananen, gerade, weil, äh, ja, du sollst nichts X trinken, weil sonst tötest du uns alle. Außer du bist der Mörder, dann natürlich schon. Also, guck mal, habe ich auch so ein Video gesehen, da hast du eine verschimmelte Banane, ne? Banane! Das, da klopft einfach wie ein Herz, also, da, dass dieses, diese Banane lebt einfach. Seitdem esse ich keine Bananen mehr. Bananen sind auch, nur, gesagt, wissenschaftlich überhaupt noch am Leben. Wir haben ja keine Samen oder so. Eigentlich könnten sie sich nicht ohne, unsere Menschheit vorpflanzen. Also nicht die Bananen, die wir kennen. Bruder, Conor, du hast mir kommt, so viel da drin rum, wie sind diese Samenbauen. Ich habe Leute Bananen, Samenbauen. Das sieht alles anders aus. Bananen waren damals komplett anders. So, wartet erst mal, erst mal warten, bis alle drin sind. Aller mal ein Knubel. Ja, ich weiß es für dich. Ja, wohl mal keinen Ahm. So, das da hinten ist die Mörderwaffe. Wer diese Waffe hat, darf den Schlüssel nehmen. Das ist die goldene Waffe. und die muss er verstecken. So, ich öffne die Truhe. Ey, hallo, wer lootet schon? Oh, Digga. Digga, wer hat angefangen zu looten? Okay, die Mörderwaffe ist leider nicht mehr da. Jeder geht jetzt vor eine Tür, aber noch nicht reingehen. Okay, dann geht der da hin. So, nein, jetzt geht rein. Jetzt legt alle Waffen ab, jetzt legt alle Waffen ab, außer die Waffen von draußen, ne? Und der Mörder, der jetzt noch diese Waffen von draußen hat, darf diese goldene nehmen und muss die gleich verstecken. Und jeder, 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 auch der Mörder, müssen die Waffen für alle nehmen. Warte, einer ist noch nicht da. Komm, wir müssen rein. Sondern da beginnt jetzt gleich ein Timer und der mit der goldenen Waffe muss den Timer, äh, also der mit der goldenen Waffe muss die Waffe dann in dieser Zeit verstecken. Ah, ich guck euch grad zu. Ja, dann... Ich will ja... Mörderwaffe. Aber sag's nicht, okay? Und irgendwann... Ah, ja, nachher. Und wenn man tot ist, muss man leise sein. Man darf nicht mehr reden. Ich rede nicht hin. Ich guck mal. Ey, bitte hör... Nee, guck jetzt auf meinen Stream, bitte. Ja, keiner soll Stream gucken. Hm. Ja. Ich schwöre sogar, ich guck nicht. Ja, ja. Hä? Ich guck nicht. Okay, 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 okay. Ich hab grad eins zu tun und das bin ich. Das bin ich. Bleiben zu stunden. Digga. Weil ich mich bewege... Ah, ich hab mich selber weggesprangt. Also, ich such jetzt gleich... Ich hab keine Amo mehr. Ich such jetzt mal... Also, jetzt gleich soll... Also, jetzt sollte die goldene Waffe versteckt sein, ne? Ey, aber Sila, was kann man dagegen machen, wenn man keine Munition mehr hat? Gar nix. Man kann sich extra Munition holen, wenn man wartet bisschen. Oh. Da, wo steht's für alle, ne? Kann man bis... Ey, wer schießt mich an? Hallo? Nicht schießen! Raphael, spring mal, wenn du das wirst. Man darf nur schießen, wenn man sich sicher ist, wer der Mörder ist. Raphael, bist du das? Was? Bist du das vor mir? Ich weiß nicht. Also, ich spring jetzt, ich spring jetzt. Ach so, ja, ja, okay. Okay, kann man. Ich hab' gerade zwei Zuschauer, ne? Ich hab' gerade zwei Zuschauer, ne? Ich hab' gerade nicht geschossen, das war wahrscheinlich Benjamin, der geschossen hat. Ja, ich hab' halt, ähm, Ausfallsehner einmal geschossen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Aber ich war bei Benjamin drin, ich hab' gesehen, Benjamin hat keinen getroffen. Ja, er hat sich schon selber getroffen. Ich wusste es. Er hat mich nur selber weggeschossen. Sei leise! Ey Benjamin, du darfst nicht reden! Nein, ich hab' aber halt nicht gesagt, wer. Benjamin, ja, wegen dir, wo das klar wird, das ist man Benjamin. Benjamin, du darfst nicht reden, wenn du tot bist. Warum verstehst du das nicht? Ich hasse das, Alter. Immer diese Leute, die nicht richtig mitspielen. Ich genieße diese Ruhe, Leute. Wenn du mal am Rutsch hat, sein, warte. Ja, dann kipp' ich, ich kipp' dann einfach Benjamin raus, Alter. Ich liebe diese Ruhe. Bruder. Nee, Digga, dann kipp' ich einfach Benjamin. Dann komm' einfach Conor rein, fertig. Ich kann so oder so reingehen, endlich. Hä, wo ist dein Schitz? Ich kann ja einfach in der Ecke laufen und dort meine Waffen wappen. Ja, wenn Benjamin jetzt rausgekickt wird. Ja, das stimmt. Aber dafür müssen wir erstmal, äh, Gruppe verlassen, also raus in Lobby gehen. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich geh' jetzt zurück zur Lobby, ne? Weil, ja. Ey, Mann, Digga! Schau mal Glück gehabt! Ich geh' auch mal zurück zur Lobby. Beispiel die Terraria. Ja, ich kipp' immer Benjamin, Digga, der Kackenstab. Hanna, äh, hast du diesen, äh, Dingenskin? Benjamin! Nein! Komm! Begin! Du bist! Raus! 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 Ich bin grad am Team! Mach die Tüten! Dann hast du diesen Bananenskin, Eis-Bananenskin! Ciao! Oh mein Gott, das kann doch so ehrenlos! Ähm, Connor? 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 Ich bin da! Junge, du bist leise, Junge! Hey, gar nicht! Ich bin normal! Digga, der antwortet sich bei mir! Ich schwöre, hast du diesen Bananenskin jetzt? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich hab den, 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 weil der ist gratis gewesen! Der war diesen Winter gratis! Ich hab keine Skinskleider auf den Account, da müsste ich eigentlich auf einen anderen Account Ich hab nur einen Skins! Ich hab nur einen Skins! Ich hab nur einen Skins! Ich lass einfach einen NoSki nehmen, weil jede Runde ändert sich ja noch einen NoSkin. Wenn wir gleich gehen, ändern sich die NoSkins! Okay. Und Connor macht dein, äh, Rücken-Ding insweck! Ich kick dann, ich soll schon einfach Benjamin kicken, weil er da fack mich ab! Nee, egal! Ich gebe noch eine Chance! so jetzt ist alle fast alle das ist schwarz das ist auch der einzige der wirklich weiß ist ist gerade immer stream drinnen ich habe im hintergrund menschhaft offen und da guck ich ja im stream warum 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 denn wohl ich kann ich kann einfach jetzt windows drücken und einmal auf firefox gehen und sagt ich bin nicht dran ist ja auch ich habe ich habe geschlossen wir müssen drinnen starten ihr bitte wartet alle ich muss zeigen was mörderwaffe ist ich bin der der springt ich bin der der springt hier dass die mörderwaffe wenn du die jetzt gleich hast ne ich mach schon mal auf ne musst du hier den schlüssel nehmen der ist in der box drinnen und nur den mörder nehmen aber nicht nehmt nicht nehmt nicht nehmt noch nicht nehmt noch nicht nehmt noch nicht nehmt die mörderwaffe ist weg die mörderwaffe ist weg alle gehen bitte in eine box ich warte einfach kann da gehen eine box hatte bei mir der krass von da geht box ok ich glaube ich kann aber aber ich kann jetzt keine dingens haben also keine waffe egal ich hab jetzt munition ich hab jetzt nur meine pickaxe das ist ähm wer ist das spiel hier wer ist das fortlein mörder 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 Millicott hey wer schießt hier wer schießt Okay, warte, ich packe meine Waffen dann einmal kurz weg. Alter, war gestern am Schießen. Dann dürfen wir schon unsere Waffen umso wegpacken. Ja, sollst du doch. Oh, sag doch. Ich sag doch, geht jetzt in eure Box. Ich bin schon fertig, warte, hier vorne. Jeder außer der Mörder hat jetzt eine... Jeder außer der Mörder... Warte, jeder hat jetzt eine graue Waffe, außer der Mörder, der hat eine graue, goldene und lila nicht. So, der Mörder muss jetzt gleich in dieser Zeit die goldene Waffe verstecken. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ich hab eine Frage. Hm. Wenn mich einer sieht mit der Waffe, darf er mich direkt fühlen? Äh, er muss erst mal die anderen überzeugen. Ey, das ist der Mörder, ich hab ihn mit Waffe gesehen. Der Schlüssel darf nicht in die Büschen verschicken. Ey, wie kann man Crouchen wieder weg? Ah, das ist der Mörder. Ey, die Erkenntnis ist... Ich glaub, ich glaub, mein Bild ist aufgestimmt. Hä? Ich hör dich nicht. Ah, nee, ihr, ihr, ihr redet einfach nur, ihr redet einfach nur nicht. Ich dachte, ihr würdet die ganze Zeit reden. Raphael? Und jetzt? Raphael? Raphael redet nicht mehr. Ich glaub, Raphael ist tot. Du wachst! Leute, Leute, ich hab alles gesehen. Ja, wer war's? Ja, ich glaub zumindest. Ich hab hier zwei, ich weiß nicht, aber das sind auf jeden Fall die zwei weiblichen Skins, die sind hier direkt die ganze Zeit in der Mitte gewesen. Weil ich bin hier oben auf diesen einen... Ich bin einer der weiblichen Skins und ich war's nicht. Benjamin, bist du der andere weibliche? Ja. Benjamin, komm mal, komm mal, komm mal. Benjamin, dreh mal dein Mausrad, dreh mal dein Mausrad. Warte, warte. Wie meinten hab ich die ganze Zeit gerade in der Mitte gesehen? Raphael. Dreh den noch. Darf ich sprechen? Nein, du darfst nicht sprechen, du bist tot. Du, 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 du. Da ist auch noch da scheiße, stimmt. Nein, 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 das bin ich. Aber ich hab ja, ich war die ganze Zeit oben. Benjamin, komm, 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 komm. Das ist wahrscheinlich Atta hier, der andere weiblich. So, okay, das ist spannend. Benjamin, ist Benjamin der männliche? Nein. Ich bin ein Versida. Ja, verbiss dich mal von mir. Okay. Ich dachte, wenn du sagst, komm mal, komm mal. Ja, ihr gerade war das, als wir uns zusammentun sollten. Hey, sucht ihr auch die goldene Waffe? Ich suche gerade nicht die goldene Waffe. Ich suche gerade hier Atta, also den männlichen Fortnite Skin, damit ich... Weil ich bin mir zu 90% sicher, dass er es wahrscheinlich ist, dann ihr beide hier die ganze Zeit natürlich war. Moment mal, wer weiß, was du es nicht bist? Kann sich an euch nicht beweisen, deswegen werde ich den so lange suchen. Okay. Ihr habt mich ja leider nicht die ganze Zeit auf der Rutsche da oben gesehen. Wo bist du? Wo bist du, Kanne? Also, was denkst du, Atta ist so gut zufrieden? Lass doch mal rein, Alter. Ich bin ein Töten, er ist 100% Mörder. Atta ist 100% Mörder. Bestimmt. Er war kein Mörder, aber er hat Raphaels Waffe. Warte, schreib mir mal, Atta, ob du Mörder warst. Was ist denn? Nein, du Gunder warst. Es war Benjamin. Das war Benjamin. Es war Benjamin. Benjamin, hattest du die goldene Waffe versteckt? Ja. Wo war die? Benjamin war es. Ganz hinten hinter einem Haus. Alles rum, Digga. Wir dachten, ey, Atta, es tut mir so leid. Digga, Atta hat mich gekillt. Ja, Atta, du darfst niemanden killen. Ja, aber er war sich nicht sicher, ne? Ja, okay. Weil ich hab mich auch verdächtig gehalten. Ja, aber muss ich... Achso, hey, warum zur Lobby? Zum Brio-Gartenstapler. Egal. Zur zur Lobby alle. Das hat voll Bock gemacht, die Runde. Ja, Digga, diesmal... Guck mal, ich verhalte mich so gut, Digga. Ich bring zur Lobby alle. Komm, ja. Ja, ich mach doch. Ja, weißt du, ich will jetzt ein bisschen, danke dir. Das war bis jetzt die beste Runde, finde ich. Ja, das war die erste Runde, die wir gespielt haben. Ja, richtig. Ich glaube, Benjamin muss öfters Mörder sein. Ja, aber die haben... Aber dann wissen wir, ob Benjamin Mörder ist, wenn er einfach keine Leute tötet. Oder wenn er nicht... Ja, aber wie hast du das gemacht, Benjamin? Ah nein, du hast ja Raphael nicht getötet, ne? Nee, er hat mich getötet. Warte, wie hast du das gemacht mit dem Mausrad drehen, aber ich hab deine Waffe nicht gesehen. Er hat einfach nur eins gedrückt. Vorne hinten, vorne hinten, vorne hinten. Er hat einfach nur eins, 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 eins gedrückt. Ey, das ist ja richtig... Nee, ich hab nicht... Ich hab vorne hinten, vorne hinten mit Mausrad gemacht. Du kannst eins, zwei, drei die ganze Zeit machen. Dann siehst du auch eher wie eine flüssige Bewege. Könnte man auch machen, aber ich hab's nicht so... Überbreit. Aber mit Mausrad ist kritisch, wenn du... Warte mal, ich hol mir Wasser. Wenn du mit Mausrad ist kritisch, wenn du aus Versehen eins zu weit nach hinten machst, bist du... Dann ist, dann ist vorbei. Ja. Deswegen lieber mit Nummern. Aber wenn du aus Versehen andere Tassen kriegst, ist es auch. So. Hab ich Brudelwasser geholt. Was hier? Guck. So, ich bin drinne. Ich bin kein Werbung. Guck. Okay, jetzt können wir schalten. Wer lernt grad noch? Okay. Ich schlafe. So. Nicht kill, nicht kill, nicht kill. Ich mach die... Ich mach die... Ich mach die... Ich mach die Kisten auf. Wann wird die looten? Niemand looten, bis ich Kommando gebe. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben gucken. Nach oben gucken. Nach oben gucken. Drei, zwei, eins und ihr dürft looten. Ich krieg ja locker. Benjamin, Sida, Mörder. Oh. Okay, jeder geht in eine Box. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Da ist einer, da ist... Oh man. Oh, Scheiße. Ich warte wieder, bis einer rausgeht. Ich weiß es, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich weiß es. So ein Waffen wegmachen. Warte, Sida, ich weiß es, ich weiß es, Sida. Okay. Was, was, was? Wer, wer, wer ist es? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Ich glaub, der fängt mit B an, der Achtung. Benjamin. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß. Komm, let's go. Ich bin mir nicht gleich. Ich weiß es, 100 Pro, ich weiß es. Darf man auch in der Zeit, da wo man... Da, wo der, da wo der Typ versteckt. Darf man auch so ansehen? Ey, ich schnapp hier nicht runter. Ich hab Schüsse gehört. F1, 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 weil, äh, das hat mir jetzt schon komisch, ähm, kippt er aus. Atta, Atta, ruf mich an, hallo Atta. Ja, ich auch. Jo, was sagst du, ich war der Mörder, äh, ich wollte die Waffe verstecken, die wollen nirg, aber dann ist Rafa gekommen, der, der die ganze Zeit voll wollen. Ja, weil die, weil die Zeit um ist, weil die Zeit ist um. Nein, die Zeit, warum, die Zeit, warum, die Zeit, warum, die Zeit, warum. Trotzdem, du darfst keine Leute verfolgen. Ob ich gar nicht mit Rafa. Hab ich nicht, ich hab ihr nicht verfolgt. Egal, komm zurück zum Lobby. Ich hab ihr nicht was folgt. Der Atta sagt was anderes. Nein, ich wollte gerade auch Fortnite-Rafferät töten. Er kann, er kann alles sagen, bitte. Er kann sagen, ich bin, also, bitte. Du weißt doch, du kannst ins Grünband bekommen. Ist mir schon häufiger passiert, als du denkst. Hoffen wir, niemand hat es gehört. Was redest du wieder? Nein, das, was Rafa gesagt hat. Ich hab eine Frage. Der Einzige, der das hören konnte, wäre sowieso Benjamin, weil er der Einzige für ein Spiel voll Rafa ist. Keiner darf ins Spiel von den anderen gehen. Nein. Ey, das war ja der Witz sein, dass sie doch... Aber wir haben nicht gesagt, dass wir nicht verfolgen sollen. Noch haben wir gesagt. Was ist Benjamin? Wie kommst du früher nochmal zugucken? Also... Mach bereit. Wenn man mitten in der Runde joint... Wenn man mitten in der Runde joint, dann wird man einfach als Zuschauer gesetzt. Benjamin, komm raus. Benjamin, komm raus. Los geht in die Lobby. Ey, ich kick ihn einfach jetzt. 3-2-1-3. Neue Runde. Nein. Oh, ich dachte... Weil ich war tot. Und dann dachte... Hier, ähm... Ich darf nicht reden. Deswegen... Er ist schon vor... Die Runde ist schon vorbei. Runde vorbei. Aber irgendwie bei ihm geht Runde noch weiter. Hey, wie, warum? Runde vorbei. Oh, das war... Hey, die, deine Runde... G-äh... 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 Fortnite-Mörder macht so Bock, ne? Wenn alle richtig machen. Äh, ich denk die Map dafür ist ein bisschen zu klein. Ist die beliebteste Mörder-Map aller Zeiten, Alter. Ich weiß, aber die müsste ein bisschen größer sein, oder ein paar mehr Löse... Digga, komm, hab immer Kritik. G-äh... Okay, ich schwöre. G-äh... 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 Nein! Die Map istisser eigentlich nur für 4 Leute gedacht. G-äh... Anfang 5! G-äh... Wir sind zu krass für die Map. G-ieht... Boaa, niemand macht was. Niemand nimmt was, sind auch nicht du Benjamin! The Metro! H-äh... Alle rum Brigangen! O-ho! sket! G-ähm, los! WIE! Ich schwöre an dich! Die, die die Mörderwaffen kriegen, wie? Ich muss schnell sein. Warte, 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 keiner macht grad weiter. Geht schon mal an eure Boxen. Ich hab schon Waffen weggepackt. Aber wenn jemand Mörder ist und der sieht, dass der die Waffe genommen hat, dann sollen wir am besten nicht mehr mitmachen, aber das ist noch unfair, weil dann kann er direkt zu denen gehen und den töten. Ja, da hat Atta recht. Also wenn jemand sieht, dass da jemand anderes Mörder ist, ne? Warte, 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 bitte, warte, warte, ich bring kurz meine Sachen weg. Bitte geht noch nicht weiter. Ja, also wenn jemand Waffen, ne? Also wenn jemand sieht, dass da jemand anderes Mörder ist, bitte nicht sagen, okay? Oder verfolgen oder sowas. Also einfach leise sein. So, und, los, 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 ihr könnt rein, ihr könnt rein. Ich kann in der nächsten Runde jemand anderes nicht in eine Box gehen, weil das ist scheiße ohne Waffe die ganze Zeit. Also jemand soll gleich nicht in eine Box gehen, bitte. Will jemand freiwillig nicht in eine Box gehen? Wenn man hier ruft? Warte, warte. Und dann? Aber man darf das doch sagen, wenn man mitten im Spiel ist, man muss ja die anderen nicht bezeugen, aber es und halt... Mitten im Spiel darf man schon so sagen, wenn man sieht, okay, der... Ja, ja. Die Sachen, wenn man die, wenn man die Waffe nimmt, dann, ne? Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, das ist halt schwer. Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich geh nicht in eine Box rein, ne? Und dieser Typ ist dann der Mörder, kann er halt keinen Schlüssel nehmen. Oder er nimmt halt später erst den Schlüssel. Verstehst du, Benjamin? Der, der, der als letztes eine Boxkid kriegt zwar keine Waffe, aber kann ja trotzdem die Schlüssel nehmen. Was sind die Schlüssel? Der Schlüssel ist eine goldene Waffe, das siehst du in der Box. Den darfst du nur als Mörder nehmen und dann, ja, verstecken. Ich hab grad einen Waffe droppen gehört. Ah, nein, das war nicht Waffe droppen. Na ja, wer Schlüssel hat, muss sofort sagen, ey Leute, ich hab Schlüssel, ich hab Schlüssel. Ich hab Schlüssel, ich hab Schlüssel. Warte, wir treffen uns alle, wir treffen uns alle an den Füßen von dieser Schlüssel. Was macht man, wenn man den Mörder schon geholt hat? Wie den Mörder schon geholt hat? Ich weiß sogar, ich weiß sogar, wer Mörder ist. Alle kommen wieder zu den Füßen. Ich weiß, wer da gerade war. Ich weiß, wer da gerade war. Ich hab grad den Mörder geholt, aber was will ich jetzt machen? Warte, hast du den mit der Mörderwaffe getötet? Nein, noch nicht. Hast du den mit der Mörderwaffe getötet? Ja. Ach nee, ich weiß, wer das ist. Doch, hab ich. Wer war's? Raphael. Raphael, Raphael, warst du Mörder? Hä? Er hat doch gesagt, wir haben schon gewonnen. Hä, Raphael, warst du Mörder? Ja, das habt ihr auch versteckt. Ich hab Waffe versteckt. Ich hab, äh... Wenn ihr mich glaubst, dann gar nicht töten. Aber er hat, hä, er schießt mich an. Ja, aber du hast keine Mörderwaffe. Also du hast keine, äh, Sheriffwaffe. Ich glaub, die dann wieder weggeschmissen, weil sonst dachten wir, dass ihr... Ja, nein, aber dort ist keine Sheriffwaffe. Nur Conor hatte die. Ich hatte die und dann, da hab ich gehört, dass Raphael schon tot ist, also der Mörderer. Und dann hab ich gehört... Mach's bereit, macht alle bereit. Und dann hab ich auch... Conor, wo war denn die Waffe? Die Waffe war hinten, hier... Dort... Hinterm Stein, ne? Hinterm Stein. Hinterm Stein. Ja, dort. Auch so eine Gitteröße. Ja, ich musste schnell droppen, weil die Zeit war schon vorbei. Ich wollte eigentlich ein bisschen... Ach, hier. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich war mit, äh... Ich weiß jetzt nicht. Ich glaub, Atta war da sogar. War ich oben auf dem Riesenrad. Und dort hab ich erst gedacht, eigentlich, äh... Hier... Der... Schieder hätte... Nein. Das war dann... Benjamin hätte es gedroppt. War dann... Hatte ja... Dann hab ich einfach nur weitergeguckt. Und dann hab ich die Waffe auch schon so gefunden, weil Raphael mir entgegengekommen. Und dann... Sieger, mein Ehem ist... Mh... 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 Nur der... der... äh... Der Schlüssel hat, darf den Mörder töten. Das heißt, keiner darf denn normale Waffe nehmen, oder? Doch, jeder darf die normale Waffe nehmen, die ist eigentlich nur da, um so'n Boost zu machen. Wahr zu machen. Um zu fliechten. Weil wenn du unter den Schatten schießt, springst du sehr weit hoch. Ich dachte, die werden für einmal raten, wer Mörder ist. Zieder. Nein, dafür ist der Schlüssel. Zieder. Zum Beispiel, ich töte den Mörder. Ach so, also darf ich gar nicht Raphael killen, wenn ich nicht den Schlüssel habe? Ja. Ah, okay. Mit der Waffel hätte ich zu flüchten können. Dafür, ja. Damit kann man sich einen Boost geben. Ey, wer geht jetzt nicht in eine Box? Wer geht nicht in eine Box? In Blut. Einer, warte. Einer muss nicht in die Box gehen. Einer darf nicht in die Box gehen. Nach oben gucken. Hallo, da ist einer. Okay, Atta wahrscheinlich. Okay, Atta, komm hoch. So, alle nach oben gucken. Atta, du wartest dann, bis einer rausgeht, dann gehst du in die Box. Und, hallo, hoch geh. Ey. Ich dachte, das ist nicht un-starten. Das ist richtig unfair. Das ist richtig unfair, weil jeder schon ein Boost hat. Ich sage, und einer guckt nach unten und looted dann. Ja, das ist nicht unfair. So, jeder geht in die Box, außer Atta, der wartet dann erst mal ein bisschen, bis einer rausgeht. Und nimmt sich dann halt seine Waffe und in den Hörderbeeren. Ja, das ist überhaupt nicht. Ja, wenn alle nicht looten. Atta ist schon wer. Atta. Wenn du willst, kannst du jetzt da reingehen. Ich schaue zu jede Box rein, wo schon ein Mörder ist. Hä? Ich weiß, dass der Typ ist. Endlich wieder Waffe. Warte, ich zeige euch mal was. Warte, geht mal alle weg, damit ich keinen töte. Guck mal, was ihr machen könnt mit der Waffe. Guckt euch an, was man machen kann mit der Waffe. Dann kann man sich zu einem Boost geben und weggehen. Das mache ich immer im Prinzip so. Oh, das wusste ich nicht, wusste ich nicht. Wer schießt die ganze Zeit? Benjamin? Was? Kommst du? Ah, ich muss raus. Nein, weißt du? So, jetzt habe ich nur noch zwei Muni, aber so, gleich beginnt wieder eine Zeit, wo der Mörder halt die Waffe vorsteckt. Wer ist noch auf Stream? Benjamin, Benjamin, noch nicht. Ja, doch. Ich war das nicht. Okay, dann halt. Benjamin. Bist du noch auf Stream? Uwe ist gerade reingegangen. Eigentlich ist es abgespürt und so. Digga, da hast du gemeint mit dir besser. Nein, keine Ahnung, warum nicht. Eigentlich nicht. Warum schreibe ich, Alter? Alter hört mich. Also ich hatte auch keine, als ich, also der, der als letztes immer reingeht, ne? Wer, der warten muss, kann halt keine Waffe haben. Wer da schreibt? Oh, oh, oh. Ah, hier ist jemand. Hier sind zwei. Okay, ich gehe lieber. Oh, ich kann hier bleiben. Ja, ich chill mit der Kuh. Aber warte, dann bleiben noch zwei übrig. Okay, wenn die Waffe jetzt schon versteckt ist, dann habe ich eine Ahnung, ob das vielleicht sein könnte. Okay, ich habe Angst. Aber wenn man einen Mörder findet, darf man sagen, wer es ist. Also du kannst deine, du kannst sagen, wer es ist, aber ja, wir müssen dir halt vertrauen, ne? Am Ende bist du der Mörder. Du musst dich wirklich hundertprozentig sicher sein. Ich kenne ein richtig krasses Versteck für den Mörder. Und wenn der Mörder jemanden getötet hat, kriegt man Münzen, dann gibt es hier unter der Brücke so einen Mördershop. Also unter dieser einen Brücke, da gibt es dann so einen Mördershop. Das ist gerade von mir. Digga, ich werde die ganze Zeit verfolgt, Mann. Ah, das bist du, oder was? Okay, Benjamin, ist das das? Benjamin? Ey, ich werde verfolgt. Benjamin ist das. Bing, weib mich das Kind, weib mich das Kind. Wenn er mich holt, dann ist es der. Leute, weib mich das Kind, dann ist es, oh, Sass, Sass, er ist safe, er ist safe. Wer ist das auf dem Dach, wer ist das auf dem Dach, hallo, wer ist das auf dem Dach? Wer ist das auf dem Dach? Ja, man flüchtet da gerade. Das reicht noch mal. Weib mich das Kind ist Benjamin. Ey, ich wollte mich schlagen. Vertraut Raphael nicht. Ah, da sind wir. Sass, Benjamin ist Sass. Ey, jemand hat ihn mit Pix-Akt geschlagen. Ja, das ist Atta, das war Atta, das war Atta, das war Atta. Atta! Raphael, das verfolgt Raphael nicht. Der ist aber kein Mörder, der hat... Ja, Benjamin verfolgt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ey, ey, bleibt stehen, bleibt alle stehen, bleibt alle stehen. Atta hat gerade... Ey, stehen bleiben. Atta hat gerade, das ist dieser Mann da hinten, ne? Da bei diesen, äh, Dingens, bei diesen, äh, mit, ach, neben Patrick, mit, neben, äh, Dingens. Hallo Atta, Atta geht da gerade weg. Okay, Atta hat gerade Conor getötet, sehr verdächtig. Ich sag, das ist der hier, der hier ist, der hier. Das bin ich. Ich meine, die, der hier, der hier ist. Der, das ist, das... Ja, aber Atta, ja, ich glaube auch irgendwie Benjamin. Atta, Atta ist es, Atta. Nein, Atta hat mich einfach so geschützt. Warum konntest du nicht? Das Torkel, du darfst nichts sagen! Aber der schlägstübel Prick existiert doch auf dem Boden eigentlich. Ich muss... Ja, trotzdem, sag einfach nichts. Ich muss Dinge tun. Okay, dann... Ich schüssel. Ich komm gleich wieder. Ey, Leute, bei mir ist jemand. Dein Heller ist von Rosalinde oder... Nicht? Hä? Benjamin ist 60. Benjamin ist 60. Ich meinte nicht, dass es geht. Benjamin? Ja. Es reicht. Darf ich die Möhne töten? Ja, sie ist... Nein, 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 nein. Ja, nein, nein, nein. Wer hat mich selbst? Ja, sie ist die Möhne, ja, toll. Nein, nein. Guck mal, ich bin neu. Ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Nein, du mit, er geht in die Mitte. Nein, nein, Benjamin, 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 es ist Benjamin. Okay, Benjamin, wir wissen... Seid ihr euch eile sicher, dass es Benjamin ist? Benjamin, ja, es ist, es ist, es ist. Wenn alle sicher sind, dürfen sie ihn töten. Weg, weg. Benjamin, bist du das? Benjamin, bist du der weibliche Skin? Ja, ey, ey. Ich bin unschuldig. Hallo. Ich bin alle sicher. Ey, wer ist gerade am springen? Wer ist gerade am springen? Ich bin gerade, ich spring gerade, ich spring gerade. Ich bin unschuldig. Hä? Er war unschuldig. Hä? Wir waren uns alle sicher. Ich weiß es, wer es ist. Nein. Ey, sag mir es nicht. Sag mir nicht. Ey, nein, Rafa, du bist es bestimmt. Nein. Ja, locker, guck mal, du tötest Benjamin und es war voll unoffensichtlich. Nein. Nein. Bist du gestorben, Rafa? Ja. Ey, die Route war richtig geil. Was? Ich dachte wirklich, weil du so getan hast. Ey, ich habe doch nichts so gemacht. Irgendwas ist runtergefallen. Ach so, nur ein bisschen. Nein. Wir haben auch Atta geschafft. Ey, lass uns neue Regeln machen. Also, wenn alle einig sind, dass jemand der Mörder so dürfen wie ihn töten. Lass es so machen. Wir dürfen nicht mehr reden. Nicht mehr reden? Ja, und stummen. Stumm, stumm. Warum nicht mehr reden? Das ist doch voll eine Kackidee. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Schicksal nicht. Was ist daran so cool? Dann weißt du nicht, wer wer ist. Sprichst du mal so oder so? Außer ich bin auch stumm, weil ich es gerade komme. Ich habe gerade einen. Dann musst du aber kurz Konner im Haus sitzen. Warum? Ja, lass reden, weil es ist komisch, wenn man nicht redet. Ja, okay. Wir machen jetzt eine neue Regel, also... Benjamin, komm raus. Also, wenn alle wirklich sich 100% einig sind, ne? Wenn das jemand Mörder ist, dann darf man ihn mit der normalen Waffe töten. Weil sonst ist scheiße. Da muss man halt ganz viele Dinge suchen. Ey, mein Verwandter ist rein, er ist klein. Darf er zuhören? Ja, gerne. Okay, ich mache ein Mikrofon raus. Ich kann doch nicht hören. Hallo? Appa meinte, er hat voll Bock gemacht, lass immer spielen und nicht schummeln. Habt ihr verstanden? Ey, hallo? Hört ihr mich? Ja, hi. Ja, ja, ich habe dich. Ich habe bei Maikis rausgemacht, also halt mein Kopfhörer. Das können auch wir nicht hören. Okay, okay, okay. So. Guck mal, das ist Mörder, äh, was ist das? Mörder? Ähm, Appa, schlag mir mal, warte es... Appa, wartest du wieder, ob du du nimmst willst, oder? Nicht, nicht nehmen, nicht nehmen. Weil wenn du nicht willst... Ah, okay, okay. So. Keiner nimmt, okay, bitte. Keiner soll nehmen. Hier ist noch mal eine Kiste, hier ist Kiste. Ja, warte mal. Oder wir schaffen es nicht, dass wir nicht auf den Kiste kommen. Ach, hier ist er. Wir haben einfach Waffen wegnehmen und dann wieder rein. Ich schaffe, ich schaffe, alles gut. Okay, komm, alle hoch, alle hoch, alle hoch, alle hoch. Alle oben gucken, alle oben gucken. Drei, zwei, eins. Ey, einer guckt nach unten, Conor, du hast nach unten geguckt. Kika, das ist unfair. Ihr habt nur den Schluss gesagt, ihr habt nur den Schluss gesagt schon. Oder, Conor, guck das nicht nach unten. Nee, das kann er doch nicht. Ja, das weiß ich nicht. Doch, das warst du, Conor, ich kenne deine Pickaxe. Gleich weit. Dann hör auf, auf den Boden zu gucken und zu schummeln. Ey, wer schießt die ganze Zeit? Hör doch mal aus. Hallo, wer auch immer schießt, soll aufhören. Okay, komm, wir legen los. Let's go. Dann hör auf, auf den Boden zu gucken und zu schießen. Das war's für heute. Oh, ey, hier kann man rein? Wie ist so ein Haus, da kann man rein gehen? Das wusste ich gar nicht. Okay, cool zu wissen. Ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Oh mein Gott, warte mal. Ich werde verfolgt. Ey, ich werde verfolgt. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ey, 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 stehenbleiben, stehenbleiben. Stehenbleiben. Wer bist du? Sirs, äh, Dingens, Atta. Leute, wo seid ihr? Ich versuch euch. Leute, wo seid ihr? Schlüssel. Bruder, Conner, wie? Nein, ich kann euch vielleicht sogar sagen, wo der war. Leute, wo seid ihr? Ich versuch euch. Hey, wer bist du, wer bist du, wer bist du, wer bist du? Oh nein, ich bin Conner. Achso, hi Conner. Das war's nicht du, das war's nicht du. Das war's nicht du. Das war wer anderes. Und ich bin jetzt. Okay. Ich habe Schlüssel gehört. Oh mein Gott, da ist sie angeschlafen. Ey. Raphael, das ist Raphael. Eine Billiarde. Ich war das nicht, nein, ich war das nicht. 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 Wer das da hinten ist, soll stehenbleiben. Bleib stehen, bleib stehen. Raphael, 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 bist du das? Nein. So, spring mal Raphael. Ah, mach extra nicht. Benjamin, bist du noch am Leben? Ich bin ja noch nicht. Spring mal Benjamin. Der Atta ist nicht da, der Atta ist nicht da. Nein. 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 Der wusste, dass ich Schlüssel hatte, deswegen ist er direkt hinter mir hergegangen. Junge, sei doch leise, Mann. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Digga. Digga, komm, aber Benjamin, sei doch einfach leise. Hä? Ich war nicht mal tot. Was warst du, aber du hast... Ich darf nicht beraten. Hast du, du hast geredet. Du hast geredet. Mein Gott, ich hatte doch keinen Punkt mehr, Alter. Komm, nichts runter, aber war gut. Ja. Hm? Meinst du, man darf sagen, wenn man lebt, wäre der Mörder. Ja, wenn man lebt. Ja, ich war mal nicht. Du darfst das aber eh, letzt, die eine, also vor ein paar Runden hast du ja auch geredet, deswegen... Ja, komm, wie schwul mein's, genau. Letzte Chance für Connor, sonst krieg ich den. Kommt ihr beide raus? Achso, ja. Connor, hast du mich gehört? Ja, bei mir ladet's grad, bei mir ladet's grad. Ich bin schon rausgegangen. Ey, Leute, warte, ich soll eine Dingenssprache nach Schlaut hören von Atta. Connor, hast du mich gehört? Ja, ich hab dich gehört. Ey, seid mal leise, seid mal leise. Wenn wir bei Among Us über einen Buzzer haben, dann sagen wir halt so Buzzer, dann müssen wir uns bei dieser Statue, bei den Ballern treffen. Dann schreibt mal, ob wir das machen wollen. Sollen wir machen so? Among Us? Also so wie ein Meeting, also so eine Art Buzzer machen, also ich würd das machen, also nur wenn, also nur der Sheriff da. Dann aber so ein Meeting machen, okay? Ey, dann lass uns zwei Runden, lass uns das hier machen, dann können wir das machen. Nur einer, nur einer, nur einer, nur einer, nur einer, nur einer. Okay. So, Connor, guck hoch. Ich komm nicht hoch. Leute, alle hochgucken. Hoch, hoch. Hey, hallo, hochgucken. Connor! Ich hab keine Waffe. So, kommst du. Das ist deine, das ist deine Pickaxe. Benny, boy. Er legt die Waffe hin. Er legt die Waffe in den Gitarren. Es tippt gleich. Connor, es tippt gleich. Einer guckt nicht hoch, einer guckt nicht hoch. Einer guckt nicht hoch. Alle hochgucken. Drei, zwei, eins. Hey, wer schießt die Ganze? Hör auf zu schießen. Benjamin, hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Wer war das jetzt? Ey. Wer war das? Wer ist das? Ja, ich hab nur die. Was willst du von mir? Ey, ich kill den jetzt. Wo ist Benny, boy? Warum? Ich hab... Ja, warum schießt du denn? Ich hab nur einmal geschossen. Ich hab nur einmal geschossen. Ich hab keinen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin gleich nicht mehr. Ich bin gleich nicht mehr. Ich bin schuldig. Ja, Bruder. Wir sagen nicht schießen, aber du schießt trotzdem. Egal auf einmal. Nee, aber schritt nicht. Ich schwöre. Benimm mich einmal. Benimm dich einmal. Ja, guck ich. Benimmst du dich nicht? Ja, wow. Was kommt's wohl ab? Ich schwöre. So wie bei Bedrock. Ich schwöre. Keine Wunder, warum. Warum? Warum halt den nicht schön? Boah, Alter. Schlimm bist du. Hey Leute, ich hab hier grad... Ey, hier hat einer grad eine Waffe gespawnt, gedroppt, aber wieder hingelegt. Was ist das, was du jetzt in der Ecke neben dieser Scheune am Anfang? Ja, ich bin hierRO. Ey, ich werde verfolgt, Digga. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Hallo? SIDA! Lass mal stehen. SIDA ist das. SIDA! Ich bleibe nicht den Argen. SIDA! Ist sie ja tot? Lass mich doch nicht. SIDA! SIDA! Ich bleibe nicht den Argen. naja und ich bin tot ich werde verfolgt ich werde von diesem typen verfolgt ich will hier nicht bleiben ich sag es kann als korn als korn wie viele leute leben noch ich habe gerade noch alle gesehen ich bin nicht tot ich bin nicht tot nein aber man darf nicht in den chat gucken benjamin ich muss so kurz schießen weil ich hab gesagt benjamin man darf nicht in den chat wer ist das der jemanden verfolgt hallo stehen bleiben wer bist du 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 wenn ja dann schreibt mir in den chat wer vielleicht schreibt der verfügt nicht ich sie es nicht atta das ist benjamin 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 aufhören ok merken wir uns ähm mänlicher chinesischer mit zopf ok ich geh wieder mal gucken ob der wird kommen warte mal ich guck jetzt verfolgt der mich alter ich bin Zeuge ich hab Schüsse gehört wo wo konnar bist du noch im leben konnar ich hab wieder ein Schüsse gehört konnar bist du im leben ich höre Schüsse ich hab drei Schüsse gehört warte mal konnas im leben das sind wir drei ich bin sch hoop ich bin ich bin ja benjamin was hinter mir benjamin war hinter mir nun kona ist es atta 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 konnar oder atta konnar oder atta ja ey die sind da benjamin Wie sieht dein Skin aus? Den Skin? Wie sieht dein Skin aus? Chinese mit Zopf. Sicher? Weil ich habe gerade einen Benny Boy gesehen, also einen Blondhaarigen. Der ist gerade bei mir, der ist gerade bei mir. Bist du Atta? Wenn du Atta bist, spring. Okay, das ist Atta, okay, dann geht klar. Ey, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich verfolge gerade ihn. Keiner wird verfolgen gerade. Ich verfolge gerade einen, aber ich glaube, er ist es nicht. Aber er sucht, wie verrückt, er sucht. Was ist, was ist? Weißt du, wer der Mörder ist am Springen? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schreib mir mal auf WhatsApp, wer der Mörder ist, oder? Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Sieh da. Oh nein, guck. Ich sterbe es in die Möse mit Zopf. Halt, ich sterbe es in die Möse mit Zopf. Halt, ich sterbe es in die Möse mit Zopf. Lass es, lass es. Ich sterbe es in die Möse mit Zopf. Oh, Connor, oh. Sieh da ist tot, oder? Nein, 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 Benjamin ist es. Benjamin ist es. Benjamin, ja, Benjamin. Alle hier tragen, alle hier tragen, alle hier tragen. Alle sind sicher, es ist Benjamin, oder? Okay, Benjamin. Nein, nein, das hat immer. Anna? Warum rennst du auf einmal so schnell? Weil ich auf so eine Plattform gestiegen bin. Nein, aber warum bist du so schnell weggerannt? Also, warum bist du sofort weggegangen? Ich darf die Waffensuche. Aha. ich bin es nicht wenn die ball verfolgt mich das hat keine sorge der ist es nicht der hat mich ganze zeit töten können hat er aber nicht wer ist es tot gewesen bin ich habe schluss gehört aber ich glaube jemand hat sich nur gebaunt konner konner meinte gerade selbst er hat alles abgesucht er findet sofort alles und auf einmal an dieser runde findet er es nicht das ist konner hat auch noch das lässt sogar alle wollen weiß ich nicht raus kann ich mich nicht aber ich werde weiter suchen ja mensch alle kommt zum spongebob haus ja ich komme jetzt entscheiden wir warte 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 bevor ihr irgendwas macht bevor ihr irgendwas macht wer warte auf ihn auf weiblich das kind wenn alle auf die matten bauten dann sinds da ja ja da seid ihr euch alle sicher dass konner seid drei zwei immer diese leute die es nicht verstehen es ist 100 prozent ich schwöre alles hat zwei ich meine ich habe eine graue ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich habe es gesehen auf dieser uhr ich hatte auch ich war auch nicht mörder ich habe einfach keiner war mörder da warst du mörder wenn ja schreibt mir mal nein aber schreibt er war es nicht aber sonst hätten wir auch die waffe in der mitte gesehen oder irgendwer hat die waffe übersehen dass er sie hatte das war eine krasse runde das war so geil nächste runde ich war schon weil die ganze zeit schuld auf jemand anderen geschoben hast du nie so selber ich war das war schon drei stunden warte ich war zwei ich bin so seit zwei stunden am stream zwei stunden warte seit 30 stunden 38 minuten warte mal auf was wartet ihr nehmann ja bald habt ihr entschieden warte ich habe ja ich schwöre auch warum tötest du warum tötest du atta wer ich ja ich wusste es nicht ja ja du warst her aber wir müssen doch alle zusammen entscheiden haben wir doch guck mal ich hab gesagt der ähm der weibnische skit verfolgt die ganze zeit ja aber ich hab nicht gesagt dass es du hast nichts verfolgt egal konner komm jetzt und mach bereit ich hab bereit hä nein ich hab bereit ja aber komm wieder meinstchen sieht aus wie dein bruder und was meinstchen sieht aus wie dein bruder ja ne so seh ich später aus insschuldigung sieht aus wie ein mr abhart mit mit wie schaith alter ohne bruder wie schaithi sieht aus wie schaida nein schaithin schaida nein schaithin schaida ja ok bei wir bei dem die 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 Wer hat gestartet? Wer hat gestartet? Wer hat gestartet? Ich will jetzt eine ehrliche Antwort hören. Ich hab nicht gestartet. Aber alle sind drin, oder? Ja, alle sind drin. Er nicht. Ich finde ja nicht. Ja, dann haben noch nicht Raffael. Raffael, sind wirklich alle drin? Es sind alle drin. Nein, nein. Wegen Raffael hab ich jetzt verlassen. Den Raffael hab ich jetzt verlassen. Hä? Ich hab doch... Nein, nicht alle sind drin. Es sind nicht alle drin, oder? Doch, 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 doch. Warte, ich? Ja, wegen dir, Raffael. Hä? Hä? Ich hab doch gesagt, alle sind drin, aber du verlässt natürlich wieder. Nein, du hast doch als erstes gesagt, ey, ich werd wieder gestartet und so. Ja, weil... Ja, weil... Ich da... Ich wusste jetzt nicht, dass... Oh mein Gott, Digga, ich wusste nicht, dass alle drin sind. Oh mein Gott. Du hast doch direkt verlassen, genau. Leute, ich glaub, ich war das sogar mit letzter Runde, der seine Mörderchance verpasst hat. Ich weiß es nicht komplett, weil ich weiß nicht wie die Waffe aussah, ich habe sie noch nie gesehen, außer einmal auf dem Bild, die sieht ja im Betrieb immer anders aus. Och Conor, ich kann mir das gut merken, ich kann mir Bilder gut merken. Aber ich dachte auch, dass die dann so auf dem Bild aussieht. Die sieht doch genauso aus auf dem Bild. Ja, aber ich glaube, die meisten Waffen sind dann ja quer gestellt, während die auf dem Display gerade gestellt war. Nicht starten, nicht starten, nicht, oh mein Gott, Digga. Alle sind drin, alle sind drin. Ihr müsst zwei Sekunden warten, bis alle drin sind, damit jeder sich auch sicher ist. Okay, ey Leute, ich warte, bis alle raus sind, also ich bin, ey Digga, ich, ich warte, bis alle drin sind, ich bin der Letzte, der in eine Box geht. Okay, dann. Okay, dann, äh. Hast du da, bis dann nicht so oben kommen? Ach da. Hallo. Hey! Ey, ey! Sorry! Hier alle, 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 alle nach oben gucken. Alle nach oben gucken. Hallo, einer ist jetzt tot. Wegen Conor. Ich hab keinen Bock mehr, Annel. Ich hab keinen Bock mehr. Conor, was war denn die letzte Chance? Ruf mich wieder an, wenn ich hier wieder zur Verlust gekommen seid, Digga. Conor sollte inzwischen wissen, dass jeder nur ein Leben hat. Er tötet einfach Raphael. Das ist extra. Nein, Entschuldigung wieder. Hat man jetzt rausgegangen? Nein. So, jetzt, hallo. Alle kommen raus. Digga. Conor. Was, bekommst du nicht auf der Reihe, dass du nicht killen sollst? Wenn ich rausgegangen bin, hab ich bereitgedrückt, dann wurde ich automatisch killen. Du musst warten, bis alle draußen sind. Sorry. Ich hab mal wieder Gruppmannführer. Conor, du bist mal wieder Gruppmannführer. Du bist du, äh, warum bin ich denn jetzt? Oh. Legenden besagen, in zehn Jahren kommt wieder endlich eine normale Runde. Und in 3000 wieder eine gute Runde. Wer ist dein englischer Bein, 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 Keine Ahnung, Bein, 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 Bein. Der hat mir, der hat mir, äh, einen Chat geschrieben. Wer? Bein, Bein. Der hab ich gesehen. Der hat so, der hat so ein, äh, Enten gepostiert. Ja, ich hab's gesehen. Der hat kein Bein, Bein. Bein, immer einen Chat. Nicht, äh, Leifchen. Leifchen? So. Okay, ich mach auf. Also, mein Lüge war kein Problem. Ich heiße Zipo auf, Freiltingen. Ich mach auf. Ich mach schon auf. Warte, äh, da durchsuchen. Wieso alle anderen? Alle gucken hoch, alle gucken hoch. Okay, jetzt zieht der Sack. Drei, zwei, eins. Hallo? Flo? Hallo? aufzuschießen. Ich schwöre, er hört auf zu schießen. Okay, hier ist rausgegangen. Hier ist rausgegangen. Nein, jemand ist aus seiner Box rausgegangen. Jemand hat aus Versehen den Schlüssel für den Mörder aufgehoben und dann wieder gejobbt. Ey, warte. Egal, war wahrscheinlich für aus Versehen. Weil er hat die wieder gedroppt. Hallo, ich habe nicht weitergehen. Ich habe aus Versehen die aufgehoben. Ich habe aus Versehen R gedrückt anstatt I. Okay, okay. Aber du hast die wieder gedroppt. Ja, ja, ja. Warte, jetzt wurde es aber schon verraten, dass Rafa kein Mörder ist. Ja, ist jetzt egal. Aber man weiß ja nicht, welcher Skin ich bin. Aber man weiß nicht, welcher Skin ich bin. Ja, noch nicht. Ja, man weiß nicht, welcher Skin er ist. Obwohl vielleicht weiß ich es. Das ist, musst du... Ich habe so ein krasses Versteck für einen Schlüssel, ne? Jetzt muss ich nur noch Mörder werden. Das ist live von meinem Zwingen. Und das ist, wo ich schon mal gespielt habe. Genau. Das ist komisch. So, ich hoffe, der, der auch hier war, sieht mich, ne? Weil dann kann man hier den Schlüssel verstecken... Ah, scheiße, geht nicht. Boah, hier der Schlüssel. Ah, boah. Woher weißt du das nicht? Hast du gerade ausprobiert? Nein, nein, ich habe gerade geguckt, ne? Aber da, wo ich verstecke muss, ist so ein Rift. Das heißt, man kann über so einen anderen Rift da hochkommen. Das heißt, man kann über so einen Rift da hochkommen. Ich hab die Waffe. Wo ist die? Die war hinter so einem Haus. Ich hab sie. Geht alle bei den Füßen. Jetzt wisst ihr alle, ich bin kein Mörder. Spongebob. Spongebob. Spongebob ist besser. Da kann man besser gucken. Ich hab jemanden gesehen. Ich hab so ein Mädchenskin mit Zopf gesehen. Glaub ich war das. Dann müsste das... Oh mein Gott. Entweder der oder der ist aus der Richtung weggegangen. Dann bin ich in die Richtung einfach so aus Spaß gegangen. Hab dann den Schlüssel gefunden. Also wer ist der hier, auf der ich grad ziele? Wenn du Atta bespringen. Wer ist das? Finde ich. Also Connor oder Atta. So. Also ich würd sagen eher Connor. Also ich weiß wieso. Und wer votet? Ähm, hier. Der hier. Wer votet die hier? Wer ist für den hier? Dann springen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Also das ist Connor. Warte mal. Ey das wird schwer. Das wird schwer. Bei beide. Warte ich scroll mal ein bisschen durch. Ja, jetzt machst du genau das, was du gerade gesagt hast. Bestimmt. Ja, okay. Aber trotzdem. Guck mal, helf mal ein Stück. Guck mal. Asita, wo bist du? Ich bin hier der schwarze Skin. Springen. Springen. Springen mal. Springen mal. Springen mal. Ah, hier. Aber guck mal. Guck mal. Hätte der mit Moosrad gemacht, wäre das so. Oder er macht so. Mit Moosrad wäre das so gewesen. Warte, L und. Das heißt, er hat eine Taste gemacht. Er hat es schon wieder gemacht. Er hat eine Taste gemacht. Er hat das mit der Taste gemacht. Und wo ist Benjamin jetzt? Und wo ist Benjamin jetzt? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Benjamin, ich schüfte gerade. Ja, das bin ich dann. Sind alle sicher, dass es Connor ist? Benjamin, spring mal. Oder Atta. Ich bin hier. Benjamin, ich bin hier. Ich bin hier. Ich schüfte gerade. Atta, komm schnell. Benjamin, spring mal. Benjamin, spring mal. Sind alle sicher, dass es Connor ist? Okay, Atta hat mich geschrieben, ja. Dann würde ich, also ich schieße ihn jetzt gleich ab. Drei, zwei, eins. Er war es nicht. Atta, geh weg. Nein, nein, warte. Ich hebe seine Waffe auf. Nein, keiner hebt Waffe auf, weil dann wissen wir hier ist seine Leiche. Benjamin? Oder? Connor. Sag Benjamin, Benjamin. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich könnte das noch los sein. Also ich bin auf jeden Fall safe. Ich auch. Ich auch. Ich habe den Pulver verschluckt. Hm? Warum sollte ich nicht safe sein? Ich habe gerade drei Kilogramm zu mir genommen. Bin es nicht? Ich schwöre auf alles. Guck. Monstrat, Monstrat. Ich habe auch nicht auf. Mein Mausrat sieht so aus. Manchmal machst du eine Pause. Obwohl, nein, nein, warte. Guck hier. Ich weiß nicht, wer Mörder ist. Aber eigentlich wärs doch offensichtlich wahrscheinlich. Reicht. Äh, Ben, Raphael? Ja. Also, was war das gerade für eine Waffe? Guck. Guck mal. Guck mal. Mit der Taste. Mit der Taste. Ey. Geht weg, Digga. Geht weg. Ey. Ich habe einen Schrei gehört. Oder sowas. Das ist normal. Also. Alle hier. Alle hier. Ähm, Dingens. Zeig mir mal dein ganzes Inventar, Atta. Das sah sehr gefakt aus. Ja, ja, ja. Das sah mit dem Auge. Lass ihn noch leben. Lass ihn noch leben. Lass ihn noch leben. Und du? Und du? Bei mir wird direkt getötet auch nicht. Ja, aber bei ihm halt. Ja, aber bei ihm halt. Ja, aber bei ihm halt. Bei uns. Bei dir waren wir halt alle komplett sicher. Ey. Warte mal. Das sah richtig fake aus. Guck mal. Weißt du, wie es bei Raff bei Dingens aussah, das sah? Hier. Wegen dieser Pickag. Nein. Er ist es. 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 Das hat sich mal von Topf geredet. Jeder schießt auf den. Es geht rein. Ich hör was von zwei. Auf ihn. Ich wollte das. Hopp. Hopp. Er war es nicht. Er war es nicht. Es muss Benjamin gewesen sein. Es muss Benjamin gewesen sein. Es muss Benjamin gewesen sein. Es muss. Es war ein weiblicher Skin. Es war ein weiblicher Skin. du darfst immer noch nicht reden du bist tot das weißt du er hat uns hochgenommen du bist ein fetter deutsche du bist natürlich ich habe genug glück dass ich mörder werde wir haben ganze jeden verdächtig außer benjamin warte hallo atta was was sagst du ja dann hören die anderen nicht nur ist die anderen ich war nicht andersweise in der näher von der wahl als sie da kam ich war komplett weil ich war bei der ich brauche ich brauche wirklich eine brille Dann geh mal zum Augenarzt, weil ich auch erst vom Vater habe. Ich brauch keine Pille mehr. Cool. Ich hätt John Cena, weil ich... John Cena? Ja, 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 ja. Ey, seit Tagen kratzen meine Eier an er die ganze Zeit. Ähm, was? Cedar? 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 Erstens, ich bin gerade live. Zweitens, neben mir ist ein Kind. Seit Tagen sind meine Eier so wapplig. Na, ich hab gesagt, ja. Ich hab gesagt, seit Tagen kratzen meine Eier so nötig. Nach oben gucken, nach oben. Wo ist Abba? Abba, komm. Äh, äh, Raffel, schwimmst du noch? Ja. Und los! Irgendwie werde ich die Mörder, bitte. Ich will auch Mörder. Einmal, einmal. Bibi, du machst weiter, obwohl du weißt, du kriegst die Waffe nicht mehr. Ey, wer wartet draußen? Wer wartet draußen? Einer mache ich raus. Ich bin schon gerade in die Kabine gegangen, wo keiner war. Ey, ich auch. Also keiner muss warten. Einer ist direkt draußen gegangen. Ey, jetzt hab ich aber keine Waffe. Ich hab keine Waffe bekommen. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Kannst du sagen, was das ist? Ich hab keine schallgedämpftes Pistole. Nicht schallgedämpftes Pistole, sondern Steinschutzpistole. Ich hab sie. Kannst du mir die dann einmal brauchen? Weil ich brauch auch eine. Ah, nein, hallo. Ich hab nur... Im Spiel hat einer mindestens keine. Nein, eigentlich hat im Spiel jeder eine, weil... Also nein, es sind doch nur vier Kabinen. Wir sind fünf Spieler. Aber für Spiel ist eigentlich... Hat jeder eine Pistole, weil er wohnen ja zu fünf. Normalerweise ist es... Nein, da bekommen keine. Okay, dann los geht's. Der Rula. Egal. Wifi. Ey, das ist fach so. Ist jemand denn crazy? Baby. Ja. Ja. Conor? Ja. Bist du es? Ja. Ich glaub ich nicht. Ja, okay, es riecht bisschen auf. Benjamin, bist du es? Da war nix. Wacht schon. Nörder? Ja. Ich bin selber frag. Äh, hier den Nörder. Okay. Okay. Wer denn, wenn ich schon mal sass? Hallo? Ich hab die Schlüssel gefunden. Ich weiß sogar, wer es ist. Wer? Das ist der männliche Scrim. Mein. Ey, ich kann dir auch sagen zu sein. Das ist einer, der Mr. Art hat. Ich bin das nicht. Ich weiß, wie du grad warst. Und da war einer, die da nicht so auswärts. Ey, da ist bei Squallspot gegangen. Ist da in so ein Eck gegangen. Ist wieder rausgegangen. Ich bin da hingegangen. Da war Schlüssel. Ey. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, hier. Ja, aber warum habt ihr ihn getötet? Warum habt ihr ihn getötet? Wer hat ihn getötet? Ich. Äh, Raphael. Warum, Raphael? Wir haben doch nicht abgestimmt. Bock nicht. Wo war das? Hä? Raphael. Ja. Warum ist es so richtig, Raphael und Ray in den Liga-Pack 3? Ja, wir haben beide Scheiße bauen. Können wir jetzt Among Us spielen? Ja, bitte. Among Us am PC, also Handy und so oder Fortnite? Ich spiele jetzt auf mein Tablet-Dingens. Ich spiele jetzt auf mein Tablet-Dingens. Das ist gratis. Ich schlafe nur kurz bei Bluestacks. Ja, ich schlafe an Among Us spielen. Ja, aber auf PC und so kostet Geld. Äh, außer du hast Bluestacks. Ja. Ich schlafe an Among Us spielen. Ja. Ich schlafe an Among Us spielen. Ich schlafe an Among Us spielen. Nein, kein Bock auf... Ich habe keinen Bock auf Among Us. Sein Ernst? Nein, ich mach... Ich mach dann, ähm... Ich will dann auf Handy spielen. Ich gehe gleich offline, ne? In 30 Minuten. Da will ich jetzt Among Us spielen. Ich komme an Among Us. Ich komme an Among Us. Amen. Baby, I promise, Mom is gonna be alright. Ja, ich komme auf mein Handy. Warte, ich komme auf mein Handy. Wuscht ihr, dass wenn ihr mit Xbox Cloud Gaming spielt, Among Us gratis ist? Echt? Nee, ich spiel grad. Mal gucken. Ich spiel grad. So, er denkt an... Ich geh auf... Ich geh auf Dingens, ne? Auf, äh... Dingens, weil wir müssen ja dann stumm schalten. Hermin, 21 Stunden. Ich schwöne und 30 weiter. Ein 30. Ah, nee, nee, äh, die hat gespielt. Um 80. Ja. Bäh. Aber ich warte immer noch. Okay, dann wäre ja die Null. Sie da! Sie da! Nein! Sie da! Ich hole kurz mit dem Handy. Okay. 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 Ich könnte auch auf meiner Switch spielen. Mama! Ja, ich hab das mir damals gekauft. Ja, ich hab das mir damals gekauft. Ich kann kurz mit dem Handy holen. Was? In was Gruppe? Komm, man ist in der Block. Komm mal für den Block. Ach, egal. Ich kann gleich Code sagen. Was? Kann ich, glaube ich, auch machen? Ja, gerne. Okay, gerne. Danke. Danke, danke. Zina! Du darfst mein Verwandter auch mitmachen? Gerne. Desto mehr, desto besser. Okay. Okay, nein, Zina, ich hatte mal einen Server. Bei mir muss ich noch mehr starten. Und ihr müsst alle auf Europa einstellen, ne? Ja, ja. Und ich muss noch bei mir... Ah, nee, Anna hat schon einen Server gemacht. Ja, der hat es geschrieben. In diese Spielengruppe auf WhatsApp. Okay, Atta hat einen Server gemacht. Gehen alle in den Server rein. Ich muss kurz mein Handy erstmal starten, weil ich habe gerade leer gemacht. Ich habe nicht. Ehren, Atta. Bei mir muss ich noch was darunterladen. Atta hat so Ehrengast. Ich kann schon mal eine Runde spielen, ne? Bei mir dauert ein bisschen. Hä, ich kann gar nicht schreien. Atta, du hast doch Freechat eingestellt. Oder sowas. Hä, wir brauchen noch nicht reden. Wir müssen noch nicht reden. Ey, wir müssen noch nicht schreiben. Ich meine, wir müssen noch nicht schreiben. Ja, aber Atta hat trotzdem mal Freechat eingestellt. Ne, und man muss sich anmelden, damit man Freechat nehmen benutzen kann. Sag mal den Code. Was? Das heißt, ich muss auf mein Handy, wo ich angemeldet bin. Steht in der Gruppe. Amongas hat damals Bock gemacht. Amongas ist so scheiße geworden. Wie lange lag das bei euch? Ich hab mir jetzt gerade auf dem Handy neu installiert und es geht richtig schnell. Ich installiere noch gerade BlueStacks und dann muss ich das noch mal installieren. Ich glaube, ich installiere gerade das falsch. Lötte mich nicht, äh, Among Us. Aber ich hab leider kein, ich kann leider nicht auf, ähm, den PC-Mirror-Stack dort. Ich installiere gerade das falsch, BlueStacks. Ich spiele auch nicht auf PC, ich spiele auf mein Handy. Aber jetzt ist das falsche BlueStack. Streamen, ich spiele doch einfach auf dem Handy. Ich screame voll doll. Und das lege ich bei Affleck. Leute, wisst ihr was, wie spät in den Stream heute? Aber dann hört sich, dann hört sich Dingens nicht mehr. Acht Stunden. Wir streamen schon seit zwei Stunden und 40 Minuten. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem großen Livestream. Ich glaube, es war mein größter Livestream, den wir gemacht haben. Heute haben wir, äh, Mörder gespielt. Auch ein bisschen kreativ, bisschen gelabert, bisschen gechattet, bisschen geschrien natürlich auch ein bisschen. Und jetzt spielen wir gleich Among Us. Ich kann leider nicht auf dem PC Among Us streamen, so weil ich dort, ähm, warum, was denn, was denn? Weil es dort Geld kostet. Keine Ahnung, ich schätze nur sehr gehörten. Und ich möchte mich gerade verabschieden und müsste immer kurz leise sein. Dankeschön. Und dann würde ich euch sagen, das war's mit dem Stream. Ich guck mal, ob ich gleich streamen werde auf dem Handy. Und dann würde ich mal sagen, hau, dann guckt, Leute, guckt bei den Jungs ab, bei, äh, Sito und noch einmal bei Roki HD. Und ich weiß auch nicht, ob Conner jetzt noch ein, äh, wie, ein Kanal hat. Aber schaut bei den auch immer vorbei. Bye.